Ein Torpedo überlebst du. Du bist sowieso jetzt tot. Autsch. Unfassbar. Der König hat scheiße geschossen. Ja, jetzt bist du aber definitiv drauf. Ja. Ob es durch die Torpedo-Bomber sein wird? Ja. Ist nicht sein Ernst. Das ist jetzt nicht sein Ernst. Wie kann man denn eine stehende Ziel verfahren? Wer ist schneller? König oder gern gut? Ich frag dich auch gerade, wer jetzt schneller sein wird. König. Ich hab so viel von diesem gegnerischen Team gehalten. So viel. Weißt du, die treffen die ganze Zeit, weißt du. Aber dann wo das Ziel steht. Ja. Geht doch. Wen sagt der zerstörer, ich erlöse mich. Das war wirklich ein erlösender Schuss. Ich beweist dir jetzt mal, dass man da reinkommt. Ich steig ein, Alex. Ich steck fest. Ich hab mal aufgebockt. Deswegen bin ich auch nicht völlig eingestiegen. Auf den Mietkachen. Wollt ihr mich verarscht? Okay. Okay. Äh. Äh. Die vorne ist noch nicht ausgeschaltet. Warten kurz. Ah. Ich merk's gerade. Alex. Ich werde kein Panzerfahrer. Sag mal. Dein Ernst? Ich werde kein Panzerfahrer. Wie? Wie? Die Mietkachen ist leider jetzt auch so hoch, dass ich den Panzer darauf aufbocken kann. Um Gottes Willen, du... Ey, es ist der Wahnsinn, Pia. Für ne Fahrerei. Ich werde wahrscheinlich eh nicht nebenan kommen. Oh ne! Oh ne! Oh ne! Oh ne! Oh ne! Willkommen im Klau. Das ist mir nämlich auch passiert. Zivilist getötet. Ausgezeichnet. Ausgezeichnet. Ne bessere Zivilistenkarre. Ach, hier ist der Zug angefahren. Zivilist getötet. Ausgezeichnet. Oh man. Oh man. Zivilist. Ich kann die Ausbildung. Ach! Ich hab auch da gerade auch ungeschaut. Vor und Dugendmenalbeigkeit ist 5,5 von 5 Sekunden ein. Irgendein Vollidioten. Ray geht spät. Ne, das ist... Nein. 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 Rage trick. Scheiße für mich. Ja, die ist hier. Moin. 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 Marcel Morin. Alter. Das ist die absolute. Al-Qaider. Terrorzelle hier unten. Smiley. Smiley! Smiley auch am Lächeln. Wart auf.Arsk-max-anter- enemy Ich hab dir einen Gumpi-Noten gemalt. Ey, bei mir ist die Mission immer noch nicht fertig. Achso, wir haben ja angefangen, wir haben das... Renn noch schneller, du schwarz Soldats. Scheibe im U1-Punkt, oder wie? Ja. Einfach auspeitschen, den Soldat. Ähm... Ja. Lukas, weg da! Easy. Geh ich dein Ernst. Also 17... Das gab jetzt 17 EP, ne? Ich wollte es ja nur kurz erwähnt haben. Wee! Oh oh, nein, 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 nein! Ja gut! Alex, wenn du jetzt... Nein! Aua! Wow! Autsch! Hier spricht ihr Kapitän Birland. Noch nicht! Was ist wieder? Und Loopy! Nicht genug Powerfair, Loopy! Nicht genug Powerfair, Loopy! Nicht genug Powerfair, Loopy! Hier ist Berg! Okay, rum mit dem Arsch! Neee! Hahaha! Sie schießen von hier unten! Wuhuuu! Ja, Alex! Ich bin die Ablenkung! Ja, Moment! Warte mal! Ich stell mal kurz den Jammer aus, damit ich das Pad ohne verfolgen kann! Warum kann ich nicht aussteigen? Warum kann ich nicht aussteigen? Wieso, warum kannst du nicht aussteigen? Eva noch aussteigen, oder? Ja, Eva aussteigen! Wie einsteigen! Warum kann ich nicht aussteigen? Das weiß ich nicht! Okay! Andere Variante! Ich seh'n feindlichen Heavy! Jaaaaaaaaaaaaa! Lebe! Lebe! Ja, komm mal auf! Die leben auch noch! Oh Fabi... Er hat grad... Oh Scheiße! Haben alle überlebt in den Edi! Und ich hatte die First Class Premium Seat hier hinten. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich will nicht in die Kamera gehalten werden. Boah, du stinkst über nach Katzenfutter. Boah, ey. Der ist doch schon recht gewaltig. Ist er fett? Ne, wobei, ne Kater war noch eine andere Fettgeradigkeit. Du willst raus hier, ne? Warte mal, ich lass dich. Lass mir ein Kabel in Ruhe. Der ist ja voll entspannt. Der ist mega entspannt. Der ist sehr, sehr tülich. Kannst du dich nicht beschweren, du? Also ich glaube, wenn du immer nur ein Kater rollst. Oder ist das ein Kater? Ne, ist das sie. Ne, ist ein Kater. Ja, das wird. Ja, also Kater sind irgendwie immer so. Ich find's geil. Also ich würde auch nur... Der Ruhe futtert gerade ganz entspannt. Nur Kater holen. Ja, aber kastriert. Du musst den relativ früh kastrieren, damit er nicht auf die Idee kommt, irgendwie Scheiße zu bauen. Er darf sich nicht an seine Eier gehören. Das ist der Punkt. Das ist der springende Punkt. Lukas. Ja, haben wir auch gemacht. Ja, wie gesagt, ich lad hier gerade noch runter. Ich weiß nicht, wie lange mir das jetzt noch dauert. Jetzt stimmt mit deinem Mikro, dass ich was bin. Du bist gerade so ein bisschen Roboter-like. Oh, warte mal. Alex ist schon zu spät zum kastriert werden. Ah, ne. Okay, ich glaub ich mach doch meinen Trupp eher auf, sonst geht der Server leer. Ja. Wo ich dann halt gleich irgendeinen kicken. Ich hasse es irgendwie zu kicken, weißt du. Hilfe. Hört ihr mich noch? Geht das? Also ja, ihr müsstet mich hören, aber hört sich's übel scheiße an? Das ist ein bisschen komisch. Okay, ich mach mal einen Trupp auf. Kann sein, dass ich dann halt ein bisschen viel Lava jetzt, aber du musst dich dann gewöhnen, unter mich müden, das schaffst du auch und dann. Alex. Ja. Gut. Du rufest, glaub ich, ihn aus dem Mikro noch. Ich versuch gerade mal, die Quelle zu ändern. Okay, wie machen wir das? Hallo, bitte mal an der VB Osten Spawn mir folgen. So, ich bin jetzt mal auf mein Mikrofon selbst gegangen. Das müsste jetzt hoffentlich besser sein. Ich weiß nicht, was mir die Voice Mode gerade hat. Die spinnt übel gerade. Excel. Also mein Mikrofon läuft ja eigentlich über die Voice Mode, das ist ja so das Ding. Hättest du nicht die Katze aufgehoben? Davor war alles in Ordnung. Warte mal ganz kurz. Ich kick mal gerade, ich lad immer noch ein Video drunter, immer so nebenbei. Ich klicke mal gerade die Voice Mode generell komplett raus. Musik ein bisschen leise, kein Problem. Weiter. So. So. Ja, ich sehe es ja auch nur auf den Balken. So. Ja, mein Mikro an sich ist auch gerade leise. Kurz hin. Voice Mode. Doom, kommst du kurz? Also Rallye nördlich, fein Kontakt wahrscheinlich vom Panzer. Lukas hat schon Bock. Der ist schon aktiv. Schauen wir mal. Hallo. Ähm. Warum hat mein Mikro jetzt Ausschlag? Okay, feind bekämpft. Nix, Leute. Ach, jetzt. Warte. So. Jetzt. Jetzt müsste es wieder wie früher sein. Äh, ja. Ich sag mal so. Windows-Updates. Macht keine Windows-Updates vom, äh, vom, äh. Macht keine Windows-Updates vom, äh. Vom, 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 vom Spielen. Funktioniert gar nicht. Schlechte Idee. So, was ich euch noch zeigen wollte, während der hier noch im Hintergrund runterlädt. Lukas kann kurz unterhalten. Ich bin in einer Sekunde wieder da. Ich hole kurz weiter. Okay. Also ich rede halt mit einem Squad, aber ja. Okay. Gut. Äh. Radio, come to me. Ähm. Der Rest kann schon mal Richtung Punkt einschlagen. Ja, alle außer, ähm, Radio zu mir, äh, zum, zum Punkt schon mal direkt angreifen. So. So. Oh, 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 oh. Ja, just so here. Please send help. I'm in danger. Und Dingels hat runtergeladen. Oh, 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 oh. Was ist denn da? Nein. Tja. Dann stelle ich auf Normalum. Ah. Dann stelle ich auf normal um, ich hoffe ich bin laut genug, wenn ich das hier so hin mache. Dann müssen wir halt heute mal da mitnehmen. Also Lukas, ich weiß nicht, du müsstest mich glaube ich noch scheiße hören. Ja, das stimmt, aber das ist okay. Aber der Stream müsste mich dann wieder vernünftig hören, das ist wichtig. Ja, ja, das ist okay. Ich glaube, eines der Kalmar-Probleme kann eigentlich nicht sein. Okay, auf geht's. Ja, Voice-Mode macht gerade Probleme, das hängt dazwischen. Aber verstehen könnt ihr mich gut, oder wie? Also ich habe es jetzt wieder zurückgestellt. Oder ist es immer noch problematisch? Versucht auf jeden Fall in den Punkt reinzukommen und dann nach Nordwesten abzudecken. Ist von mir im Trupp noch Platz drin? Immer noch? Auf der amerikaner Seite, falls du... Ja, Lukas, ich habe gerade Mikrofon-Probleme, was soll ich dir sagen? Ah, okay, okay, okay. Alles klar. Ah! Leck mich am Arsch. Warte, ich guck mal kurz, ob es wirklich ein Zettkabel ist. Ich bin voll wieder da. Okay, dann fix das erstmal. Kannst du mich hochholen? Danke. Alle, die jetzt neu beim Rally spawnen, bitte nördlicher flankieren. Gucken, was da noch ist. Hilfe! Aus Süden? Ich kann tatsächlich gerade kein Problem finden, das ist das Ding. Aber die Katze hat ja nichts berührt hier. Das ist ja das Ding, die Katze hat ja nichts berührt. Ein Gabe-Gerät getrennt. Aber was? Ja, Tila, auf geht's. Wir lassen den Rally erstmal da und gucken, was wir Richtung Mufast und mal Chaos reichen. Ich rein und raus und gucke mal, ob ich irgendeines finde, was das Problem ausgelöst hat. Wünscht mir Glück. Es ist spannend. Radio-Man, please keep attacking the point. Also, Funker und ich werden noch weiter angreifen, der Rest nördlich flankieren. in der Nähe seien bef прошlet, hau und lieber. Hey, hier. Thatjud-Ein. Bei derinne, rot wöchnen rucks. In gleichem L room zu successor. Wenn wenn eine sie mit ihren club verbunden sind, wird dann noch vieldannnöt, dass er das Problem wären, wenn ihr ihre MielANG- Reduce- und wählt das Problem an der Schpresse. hätte man den Rally NOT gerne an das Problem sein. Dav нее in den Rally nicht einfach. gut sch Independence nach denen nach Menschen die Regen оф cowarden nicht hinterher den Rally oh sorry Tonspur Hi Das müsste eigentlich auf der Tonspur zu hören sein So, ein Kabarett getrennt Hilfe Warum Test, 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 test Jetzt ist alles in Ordnung Panzer nordwestlich, Punkt Was für ein Panzer ist das? Hoffen wir mal, dass es so bleibt Ist der Königstiger im Nordwesten Das ist eine Katastrophe Die Katze hat ja nichts Also die ganzen Kabel sind ja hinten am Rechner Und nicht vorne Die Katze ist bestimmt schuld Arme Also wie gesagt, ich hoffe, das funktioniert jetzt Darauf erstmal ein Pro-Set Also was ich euch zeigen wollte noch Die zwei Sekunden bevor wir anfangen zu spielen Meine Güte Ich arbeite ja momentan an dem Cosplay Am besten lasst die Katze jetzt in Ruhe Wo ist der eigentlich? Egal Wie gesagt, ich arbeite im Cosplay Von meinem Charakter Aus dem RP Mr. Woods Hab da jetzt ja schon mal Wer auf Twitter gesehen hat Schon ein bisschen rumgebaut Das ist das Holste Da kommt eine Barretta rein Hier haben wir Ich probiere da die Handschuhe reinzukriegen Hier haben wir Handschellen Funktionale anstellen Dann haben wir Dann haben wir hier ein Funkgerät Auch funktional Funktioniert tatsächlich Herzalt die Fanmarker Dann hier Taschenlampe Da an dem Punkt hier Hier kommt Taserholzer Dann haben wir hier Ich sag jetzt mal Pfefferspray ist aber eine Deodose Und hier Reservemagazine So Punkt 1 Haben wir das Holste schon mal abgehalten? Bleibt mal erstmal beim Rally Und schaut hin Das erstmal halten Und dann Der eigentliche Stolz Die Weste Ihr seht da die Eigentliche Weste von hinten Mit Kabelbindern Da an der Seite Naja, hat aufgesporen Guck das hier nochmal Vom MSP unten an Läuft Das ist echt sehr voll Vom südlichen MSP Nicht mit den Rally Vinson Lukas, ich stumm dich mal gerade Ich bin sofort Ja, oder du dich selber Das wäre auch ganz gut So Und das ist der vordere Teil Da habe ich jetzt mal Eine andere Fahne drauf gemacht Hier an der Seite Keine Ahnung was da reinkommt Irgendein Equipment Hier da vorn Die drei Das sind Reservemagazine Für eine MP Die ich nicht habe Die Maschinengewehr Und an der Seite hier Habe ich jetzt Sandikasten Da werde ich wahrscheinlich Von einem alten Auto Sandikasten Irgendwo werde ich bestimmt Irgendwas rumfliegen lassen Haben Werde ich da Werde ich da Die Ja sagen wir Alten Sachen Wie Verbände Und so weiter Einfach reinpacken Also ein bisschen Authentisch Oben drauf Klebt da tatsächlich Auch ein Turnike Das ist Diejenigen die es kennen Das ist ein echtes gewesen Das man auch wirklich So nutzen kann Und ansonsten Ja die kleinen Details Kommen noch Da fehlt noch ein bisschen was Aber nur dass ihr mal seht Das was ich da quasi Auch poste auf Twitter Das ist Das ist schon Im guten Zustand Und das wird noch bearbeitet Aber es nähert sich dem Ende Wie gesagt Da kommt noch Ein Namensschild Fehlt zum Beispiel noch So Leuchtstäbchen fehlen noch Die ich an die Weste mache Die Handschuhe sind noch nicht da Die Ja ich natürlich eine Brille Klar logisch Eine Sonnenbrille Die Marke muss ich auch noch machen Fertig ist noch lange nicht Aber ich bin mal gespannt Wie es am Ende aussieht Also aktuell fühlt es sich schon geil an Vor allem mit der Uniform Ich habe ja jetzt Ich habe das jetzt schon mal Zusammen anprobiert Schaut gut aus Schaut sehr gut aus Und ich werde da auch noch mal Ein separates Video dann zu machen So ein Wie ich es gebaut habe Was die Hürden waren Wie man es sich nachbauen kann Und so weiter Seid da mal gespannt So Lukas Er geht los Was muss ich jetzt hier machen Ich habe jetzt hier eine Server Message Ja Enter drücken Und bei mir ein Squad rein Muss aber auf die amerikanische Seite Amerikanisch Kann kein Problem So dann würde ich sagen Hast du jetzt eine Fake Unikum Könnt jetzt mit uns angreifen Rally steht wieder Erste Priorität Attack Marker MSP Feindliches MSP Wenn ihr mit einer Katze zusammenlebt Ihr wisst nicht wo das Viech ist Ihr hört am Hound auf einmal Geräusche Ich switche einmal rüber Und es könnte laut sein Ich muss das nochmal runter machen Ja weg vom MSP Genau Und wir gehen weiter Richtung Westen Lukas Deine Divi ist voll Ja ich mache gleich ein Mic Check Dann kannst du vielleicht rein Oder auf jeden Fall Ja Jan Post Du dumm Warte Let me kurz switch Ich hasse das Ich hasse die Post Achso übrigens Okay Die Dingens werden wieder funktionieren Die Befehle Ich habe auch den noch gar nicht gehört So post Kryptom Da haben wir es Okay kannst du mal Beitreten Jetzt versuch' ich muss halt Na ja Hallo Easy is full Ja ja warte ich mach jetzt wieder eins leer Jetzt müsstest du reinkommen Check Über ihr Marsch der Welt Thanks Erstmal einfach aufschaufeln Gebung sichern Dann gehen wir weiter Richtung 39 gleich So es wird laut sein Aber es wird hoffentlich gut funktionieren Ja es wird auf jeden Fall laut sein Ja das ist halt Post Kryptom ist immer sehr laut Ja Kannst du mich gleich nochmal briefen Was die Shortcuts sind Ja M M ist Map Also erstmal kurz Das ist die neue Ich mit mich mal ganz kurz Das hier ist eine neue Map Wie ihr es auch im Titel seht Das Chapter heißt Watch on the Rhine Deswegen hab ich es auch so drauf geschrieben Auf den Streamtitel Es ist eine Schneemap Die wir gleich sehen werden Und wir haben jetzt gerade die tolle Aufgabe Den ganzen Scheiß zu attacken Wir haben hier die Was ist das? Das ist ein MSP Ja das ist ein MSP Oder halt den Ne auch ein MSP Das aber anscheinend gerade angekrapfen wird Ist ja auch wurscht Ist gerade eh ein bisschen schwierig Ja Just follow So Was nehmen wir denn hier Brauchst du noch einen Medic? Niemann Kannst du nehmen Ja Und dann abwarten Bis ich den Rally sitzt Oh Gott Der war richtig auf mir Okay Next Rallyard So Fast Okay Okay Hast du schon MSP Äh Punkt gesetzt? Already da Oh nein Ich hab Ich hab Seitenflimmern Oh Was? Rette mich Besser So Okay verteilt euch ein bisschen Geht auf allen Seiten Auf jeden Fall irgendwie jetzt nach Süden Ähm Aber nicht alle zusammen Also alles Richtung verteilen Es ist cool Okay Okay Äh Gehen Lukas soll ich mich muten Bei äh Beim Teamsweek Äh Bei Discord Kannst du machen Ja Ja Dann labern wir nicht übereinander So Ja 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 Okay Ähm Okay Ähm V war local Und äh B war Oder M war Aber Spot Ich hab das Spiel schon lange nicht mehr gespielt Habt bitte Nachsicht mit mir Ich hoffe mit den Einstellungen von der Farbe und so weiter Funktioniert das Hallo Schatz Willkommen zurück Du wärst dann auf streamen Aber du darfst gerne was sagen Wie kann man dir denn helfen Das finde ich gut Das So lobe ich mir das Ich lege neben meinem Kollegen und der Hilfe Der rettet mich nicht Auch gut Medic Wenn ich mich jetzt nicht recht Äh Wenn ich mich recht entsinne Hat doch jeder Spieler quasi Eine Möglichkeit Andere zu heilen Oder liege ich da jetzt falsch Ne Die sieht man nicht Äh Ne Das finde ich sehr gut Was ist denn das Ja Das ist schon mal geil War das schon mal geil Und auch schon mal geil Und das ist auch sehr geil Nacho Cheese Ne 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 Das krieg ich nicht Ne Mal gegessen Okay Ich glaube ich werde nicht geholt Hier Nein Ich glaube ich werde nicht geholt So Ne Also Das war jetzt wichtig Das war eine Nacho Angelegenheit Okay Das MSP haben wir Okay Das war eine Nacho Angelegenheit Okay Wurde Wir Traten Come to me Skolli Ka. Gehen Wir Vermute westlichen MSP Hier haben wir ein Panzer Dann angelaufen Der hier rausgeschoben worden ist Jaja wir haben hier gerade einen MSP Zerstört Ähm Da wo ich Oh, ich sehe den Panzer. Und ich soll jetzt da reinlaufen oder was? Kannste knicken. Das kannst du knicken, wenn der Panzer da oben steht, komme ich nicht hoch. Ja, daneben. Kann man jetzt gestoppt und was man hat? Ähm, weiß ich ja, oder ist das gut? Mach doch mal Cookie Cookie da raus. Oh nein. Das ist auch sinnlos. Der hat gesessen. Nicht mehr Wommelisform bitte. Damit auch. Und die Ketten ab. Der lebt immer noch. Ich weiß nicht, warum ich gerade schon Schaden gekriegt habe, aber ich habe Schaden gekriegt. Eine Sekunde, was war das denn jetzt? Wer hat sie? Die Katze hat gerade in der Küche. Die Katze hat gerade das Blech abgeräumt. So, weiter geht's. Ich versuche jetzt alle mal gleichzeitig, wenn sie dann zum richtigen Punkt zum Markt gehen. Alle laufen in Richtung Entweckwager. Ich versuche jetzt immer die MBS raus. Ja. Und sie knicken. Alle laufen zum Cap. Alle laufen zum Deckmark. Und sterben dort. Oder sterben vorher noch. Ein Traum. Okay. Okay, es ist unseres. Wie war denn der Kompass? Da gab es doch auch einen Shortcut. Ah, da. Mit Z. Nord-Ost. Das ist zum Kotzen. Das ist echt zum Kotzen gerade. Ja, Nord-Osten kamen die alle. Man darf nicht vergessen, dass dieses Spiel mitunter sehr, sehr schwierig sein kann. oder sehr, sehr schwierig ist. Weil du halt relativ wenig Anhaltspunkte hast. Das will ich auch machen. ja. Okay, da kommen wir ein Artillerie hervor. Wollt's schon mal sagen. Geht mir das nicht bei mir. Das wird gut passen. Sie können euch ein bisschen den Runden annehmen Aufklärungsdruck Ist schon schön, ist schon ein schöner Audio Bekanntlich spielt man das Spiel ja nur wegen der Audio Ich finde die halt sehr sehr offen Für jemanden der dann angreifen muss ist das halt echt scheiße Da brauchst du Was sagst du Ich sage geht gut Wegen der Audio oder wie Henrik Wo genau Einen hab ich Warte ich hol dich Ich hol dich Oder halt auch nicht Achso wegen der Spielzeit schwierig Oh Dankeschön Bitteschön Okay Lauf das weiter Wir mussten an Und zwar Ich werde zu derbe drauf gehen Ich werde zu derbe drauf gehen Danke. Machen wir ein bisschen lauter. Weil ich versteh dich gerade. Echt 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 schwer. Ich glaube es kommt keiner mehr. Wie soll man die Scheiße denn angreifen? Das ist viel zu offen die ganze Kacke. Nee, da kommt keiner mehr. Ich bin nördlich. Ach, Moment. Stützer. Ja, perfekt, ja. Ja, vielleicht wechselst du zu oft Schauschütze, ich glaube der ist nicht so hilfreich. Okay. Mach das mal auf 160 jetzt mittlerweile. Damit ich die verstehe, ist ne Katastrophe. Ähm, die anderen Radio zu mir. Das ist nochmal ein Radio. Richtig los. Ja, wir müssen jetzt Druck machen. Ja, deswegen. Ich würde den Relief fast sogar Norden. Äh, das ist ein... Ich bin da, bin da, bin da. Bin da, bin da, bin da. Ich bin da, bin da. Ja, ich bin da. Ja, ich bin da. Ich bin da, bin da. Ich bin da, bin da. Ja, du musst jetzt noch ein Schock. Alles ja. Na toll. Das ist ja nicht so. Ja, ich bin da. Aber... Aufwand. Geil, einfach geil, einfach, einfach geil. Ein Träumchen, wirklich. Du holst jemanden hoch, denkst du so, okay, jetzt Abfahrt. Was passiert hier gerade? Okay, sorry. Gerne. Wir müssen hier weg. Ey, ne. War die Kravate von euch? Danke. Oh fuck, kackte Scheiße. Ja, eine Minute haben wir noch, dann ist es durch. Nee, war das da. Alter, ist das laut. Alter, ist das heftig laut. Vor allem, manchmal ist es so extrem leise und dann ist es wieder so unnormal laut. Ihr seht schon, ich habe das ein bisschen runter gedreht. Ich mache das nochmal so ein paar Prozentchen, auch wenn es bei dem Prozenten absolut gar nichts hilft. Aber lass uns mal was, bei 50? Hast du. 50. Aua. Ja, gut. Was willst du machen? Der Power. Heilige Scheiße, Lukas. Das ähm, ganz schön schwierig. Ja, dann tippeln die Leute immer so auf den Füßen so rum im Background. Aber die Amerikaner stehen hier richtig früh rum. Hä, aber du hast drei Leute abgeschossen. Ich habe zwei abgeschossen. Ich habe auch niemanden gesehen. Doch einmal. Und dann war ich gerade am Wasser. Ja. Aber Heelsum wird ein bisschen netter. Jetzt vor allem bei jemandem am Tag. Ja. Nicht im Schnee. Das ist natürlich immer so eine Sache mit neuen Sachen. Die können gut sein. Die können aber auch echt. Das Ding ist, an einer Stelle war ich so, ich habe gerade jemanden hochgeholt. Ich sage es noch zu dem, jo, Abfahrt. In dem Moment läuft ein Deutscher direkt vor mich und ich denke mir so, fuck. Ja. Bestimmt mit der MP40. Ne, das hat er nicht. Aber ich konnte halt nichts machen. Ähm. Ja. Okay. Wer macht Airborne? Also, wenn wir verteidigen, dann haben wir ein bisschen mehr Ruhe. Ja. Ja. Aber ich bin eigentlich jemand, der lieber gern angreift, weil sonst sitzt du halt eher da rum. Mir ist egal. Ähm. Wie du möchtest. Ja, Airborne kommen wir halt direkt zusammen rein, ne? Obwohl, jetzt ist es egal. Komm, lass, 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 lass Airborne. Lass Airborne. Äh, okay. Da kann man nämlich auch im Flugzeug abspringen. Oh, geil. Ich mach einen neuen, äh, neuen Trupp auf. Mach das. Drei, zwei, eins. Mach das. Ich glaube, kann aber sein, dass diesmal, ähm, keiner, oder dass hier keine Flugzeuge kommen. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Wenn, dann benutzen wir sie. Soll ich dann Radioman sein? Ich bin eigentlich Medic. Eigentlich mag ich Medic zu sein. Da musst du auch echt schnell unterwegs sein mit dem Radioman. Ja, ja, eben drum, deswegen. Ich lauf wie irre. Ich lauf und lauf und lauf. Das hört eigentlich nicht auf. Wie war Einstein bei Fahrzeugen? F? E? Nee, gar nicht. Gar nicht. Warte mal am Spawn. Ähm. Weiß nicht. Weiß einer von euch, ob hier, äh, Flugzeuge kommt? Oh, los hier die Videos war. Oh ja. Dann könnte er spawnen. Komm, wir haben zwar die Fahrzeug aus. Was machst du Alex? Ich versuche gerade. Ich fahr mit dir nach vorne. Naja, was ist. Die Stagingphase und weißt du wohin du damit fährst. Und das ist ein Spawnfahrzeug. Also du kannst fahren, aber ich sag das irgendwo hin. Aber warte mal, du fährst ja gar nicht. Ich fahr. Den steig mal aus. Steig mal aus und komm zu mir. Ja, Sekunde, ich bin gerade in den Audioeinstellungen. Ich höre halt alle Leute extrem leise. So, oder? Ja, wir können mal so ein Bren hier fahren. Das ist eigentlich ganz witzig. Wir sind jetzt hier ein kleiner Trupp. Doch, unser zweites SB ist kaputt. Das fährt im Kreis. Das ist echt witzig. Müsst du denn? Ähm. Da. Kommt einfach mal in die Richtung. Da. Schöner Bren Carrier. Das ist lustig. Also wenn du möchtest, du vielleicht warte kannst du mitkommen mit dem Bren hier. Gut, ich mach mir mal wieder Mute, ne? Ähm. Warte. Es kommt doch Flieger. Ey, es kommt doch Flieger. Ey, es kommt doch Flieger. Okay, der ist nach der Stelte geförst. Naja, die müssen erst rein. Die müssen es rein. Okay. Shit, I guess I'm alone in this damn thing. Damn. Also ich brauche noch einen, auf jeden Fall. Ich brauche. Okay. Okay. nee, 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 nee. Ja, ja, ja. Ich will hier abspringen. Scheiße. Nein, ich habe das Flugzeug verpasst. Da kommt noch ein Flugzeug. Bitte sag mal, es kommt noch ein Flugzeug. Scheiße. Ich habe meine... Ne, da kommt noch das Mon. Sehr schön. Abfahrt, 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 Abfahrt. Ah, hi. Erstes Mal. Scheinbar nicht. Der ist ein bisschen wortkarg. Okay. Ja, einhaken. Da ist unser Angriffszone. Nein. Ich werde beschossen. Nein. Nein. Ne, wir sind die Briten. Ein Flugzeug für zwei Fallschirmspringer. Ja, die Briten haben es halt. Was willst du machen, ne? Beziehungsweise nutzen wir die Amis. Hopp in, hopp in. Nein. Heide dich. Alex, ich muss den Kommen mit. Hey, guck, ich kann einen Gutter benutzen. Wo sind die, wo seid ihr? Hier. Da. Perfekt. So. Da ist Lukas. Den habe ich jetzt mal alleine gelassen. Ich steige, ich widersetze mich. Gut, dann könnt ihr nordöstlich auflaufen. Ich bin hier alleine. Alles klar. Lukas, kurze Frage. Wie kann ich die Map ranzoomen? N. N. Danke dir. Können wir losfahren? Ich muss hier raus. Bin da, bin da, bin da. Dankeschön. Oh, Ron. Mic check. Jo. Servus. Servus. Jo. Alright, we're good too. Vielen Dank. Bitteschön, apart. Dankeschön. Immer vor. Alle Wege führen. Zum Hotel. Ich war mal auf irgendeinem Server, aber auch Mic check. Und dann hat er gefragt, was ist ein Mic taste? Ist auch geil. Mic taste? Okay. Okay. Oh, what the? Okay, nicht da beim MSPG's Drogen. Weil der Restkreis was man halten sollte, er sterben. Ich weiß nicht, ob ich hier drin sitze, ich möchte. Hm, das ist ein kleiner Spendmauer. Ich, ich, ich will hier eigentlich gar nicht mitfahren. Ich hab mich gerade umentschieden. Hilfe. Kann ich hier die Plätze wechseln? Geht das auf die NumPads? Nee. Hallo Cromwell. Nee, ist gar nicht. Doch, Cromwell. Doch, Cromwell? Lass mich kurz überlegen. Warte. Wie heißt denn das scheiß Panzer-Ding? Vor allem, wo wollen wir eigentlich hin? Hotel Switzerland. Gefällt mir die Tatsache, dass ich in dieser Karre dahin fahre? Ich glaube nicht, aber es ist angenehm. Mach nochmal kurz einen Mic-Tag. Duri, du kannst reden. Duri, B. Duri, E. 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 E. Duri, E. Duri, E. Duri, E. Duri, E Cafe, Partner, Gmw, Cromeless, Ger photolw, Cromwell. eben richtig grund könnte es noch geben also vielen dank ja ich würde sie nicht überlegen und daher alles gut weit gekommen er ist weit gekommen ja gut Es geht doch so einen los. Es geht doch so einen los. Ich habe gesagt, dass es nach hinten losgeht. Er wollte mir nicht glauben. Hätte man mir geglaubt. Ich habe gesagt, dass er nach hinten losgeht. Er wollte mir nicht glauben. Hier, ich habe es gesagt. Haben wir einen Rallye-Punkt? Nee. Wir müssen das MVP nehmen. MG-Support? Ich bin jetzt hier noch gegen einen Feindsborn gelaufen. Komm, schwimm mal MG. Was soll schon schief gehen? Was soll schon schief gehen? Ich habe einen Haus. Ich habe einen Schuh. Gut, Cobra. Wir haben uns gut gemacht. Wir sind gut. 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 Ich habe den Schuh hinter. Ich habe den Schuh hinter dir. Oh, das muss irgendwo vor dir sein. Ich habe den Typen neben mir. Ich muss mal gucken, dass die Gämmen jetzt ausklingen auf der MSP. Ich weiß nicht, ob ich das MG jetzt hier packen sollte. Ich nehme lieber die Pistole. In dem Fall, dass hier schon was kommt. Aber eigentlich sollten wir hier safe sein. Hallo Katze. Rallye ist weg. Er wurde gesprückt. Okay. Also Team C haben MSP liegt. Ja, wie gesagt, eine MSP haben wir ausgeschaltet. Danke viel. Ich glaube, das ist mein Liegen. I don't treat that much, Jim. Das ist besser, glaube ich. Das ist besser, glaube ich. Okay. Glaube ich, ja. Der kann auf dem Tag jedenfalls nicht. Also nicht auf meiner Seite. Auf meiner auch nicht. Ich mache einen ganz langen Sack hier hoch. Das heißt, der ist wahrscheinlich oben geworden, Dr. Ethan. Also er ist zu gese nicht. Ich kann das reinschießen. Gleich. Da kommt keiner da rein. Kommt, Zappa reichen hier. Achtung, Zappa läuft hoch. Ich habe meine Knarre auf Semi gehabt. Ich hasse mich. Echt. Aha. C. Klassiker. Ich weiß halt nicht, ob das hier die beste Position für einen MG ist. Das ist genauso scheiße. Aus Südosten. Ich habe mich sehen, dass wir den gessen machen. Ich habe den Punkt. Das ist mein Job, das ist mein Job. Okay, mach jetzt mal ein Relay, dann können wir zusammenlaufen. Ich freue mich, bis zum nächsten. Ich glaube, ich weiß die ungefähre Position von dem Typen. Ja, wahrscheinlich war er auch da, aber... Was soll ich euch sagen? Wir landen da jetzt gleich in der Hülle. Was sagst du noch? Kann aber sein, dass wir gleich eine Fob im Ostbau kommen. Ja, gut, dann nicht am Relay spawnen. Könnt euch dann noch den Gegner annehmen, aber nicht am Relay spawnen. Abwarten mal allein, weil hier ist ein Fall der Schaffschutz im Osten. Ich hab das im Leben. Okay, wir spawnen im Osten an der Fob. Moin. Moin. Könnt euch die Aufregung sparen. Ich hab keine Schützen mehr. Also, Philipp, was möchtest du jetzt da oben, wenn du spawnst? Sag mal das bitte mal. Äh, ich hab halt dich in Scharfschützen gesehen. In deinem Haus. Okay. Ist aber eigentlich relativ scheißegal, wenn wir schon den nächsten Punkt einnehmen können. Versuch bitte das zu machen, was ich sage. Okay, Entschuldigung. Nur MPs. Überall geht mehr. Lass uns einfach unten spawnen da. Wir schleichen uns einfach hinten an. Finde mal hier die Gegner. Hier bewegt sich gar nichts. Es wird die ganze Zeit in meiner Nähe geschossen, aber ich sehe nichts. Ich glaube, ich rückere jetzt mal vor langsam. Weil ich sehe ja hier nichts. Hier kommt ja kein Gegner. Ich hoffe, ihr habt alle nicht gespawnt. Dann könnt ihr nämlich jetzt spawnen. Direkt am Punkt. Wunderbar. Dann durchspawnen. Und let's go. Jetzt halt ein bisschen West-Ost. Nicht alle in einer Linie. Und suchen. Ready beginnen. Einmal, wenn ich die hier so connecte. Ich dachte gerade. Neh mal, wenn ich die hier so connecte. Anrichtung Attack kurz finden. Neh, neh. Neh, neh. oh das ist kreuzfeuer ich habe noch eine mp für sich ja ich danke dir ja der war noch afk ich habe ihn gar nicht mitbekommen hier drin wir besetzen mal die fendmarker im punkt und schauen wir uns ein bisschen hören lauschen wenn wir jetzt gelauft hätten hätten wir nämlich festgestellt dass da nämlich ein gegner ist scheiße medic hast du den in meiner nähe die 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 Scheiße, da war noch ein MG. Direkt Richtung Westen und Nordwesten ausbrechen. Oder ihr wartet einfach mal zu bauen, das könnt ihr auch machen. Das machen wir doch. Das machen wir doch. Das wollte ich ja auch machen. Als ob da noch ein MG 42 lag. Kannst du dir das nicht vorstellen. Jan, bist du gerade tot? Ich liege gerade noch. Okay, gib mal auf. Soll ich da mitfahren? Okay, voll gereicht. Niemand immer noch mit dem Motor? Nee. So, Spawn steht. Scheiße. Falls Malik Spawn sich brüchelt. Hätte ich mir die Lauferei sparen können. Ich wusste nicht, ob sie es hinkriegen. Aber sie haben es hingekriegt. Ja, gut. Haben wir die Problematik auch gelöst. Warum auch immer jetzt hier ein Deutscher war. Warum auch immer jetzt hier ein Deutscher war. Ich würde mal ganz kurz einen Abstieg erst so cool machen. Vielleicht haben sie da schon drauf gebastelt. Ist okay. Welchen Punkt müssen wir denn einnehmen eigentlich? Oh oh, ich höre den Panzer. Ja. Bei Kirk. Ja. 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 Ich habe keine Ahnung, was ich mit dem Panzer mache. Ich glaube, ich ignorieren einfach. Ignorieren, ich kann Ihnen nichts machen. Wir müssen jetzt echt ne Menge laufen, weil ich Idiot natürlich es versäumt habe, beim richtigen Punkt zu spawnen. Kann ich da rüber? So, hier ist einer der nächsten Punkte, da darf ich eigentlich noch gar nicht sein oder sollte ich noch gar nicht sein. Ja, im G-Down. Versucht jetzt weiter Schnellrichtung vorzurücken. Die anderen pushen auf der östlichen Seite raus, also müssen wir im Westen gut reinkommen. Go! Oh Gott, offene Flanke. Vier Stimmen tauschen hoch, also an die Küche. Ich bin hier auf dem Weg. Ich bin zwar vollkommen abgeschlagen, vollkommen am falschen Ort, aber ich bin auf dem Weg. und Käfchen. Wahrscheinlich kurz bevor ich ankomme werde ich einfach weggeschossen. bei meinem Glück. Logistik-Truck vom Gegner bei Skull. Komm durch den Hintergang wieder rein. Ähm, wo läuft denn der Panzer drum? Panzer, keine Ahnung, aber ich habe hier vor mir direkt einen Logi-Truck von den Gegnern. Ok, ja. Ja, also zu ignorieren, zurück in der Richtung Punkt zu kommen. Ok. Ach, ich wollte ihn ja nur anfangen. War er nicht? War er nicht? Ähm. Ich wollte ja nur Mitarbeiter des Monats werden. mit Selbstengagement, aber ist nicht. Weiß ich Bescheid. Wird nicht gewertschätzt vom Arbeitgeber. Eigeninitiative. Nö. Wer jetzt gerade tot ist, kann einen Zorn halten. Verlegen in Berlin nach vorne. Ach, weg mich. Wir müssen irgendwo unsere Fop sein. Lauf jetzt auf zu. Er hat sich ledigt. Er hat sich ledigt. Stimmt so. Ja, genau. Ja, genau. Das Haus. Hat das MG ausgeschaltet? Ich wollte gerade auf euch schießen. Okay, gut. So. Letzte. Da ist doch mehr Achtung. Ja, Achtung. Da ist die Weep. Jetzt da. Ah, mich hat's erwischt auf der Straße. Bei 22. Äh, K98 Schütze. Keine Foppen. Keine Foppen. Keine Foppen. Keine Foppen. Eine Repair. Ich bin Panzer. 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 Gut. Schließen wir uns mal einen Trupp an Im Süden ist einer mit so einem Vater gestorben Ich kann da mal hin, mal gucken, vielleicht ist da was Ich hoffe, dass, stark, das sind unsere da hinten Das sind unsere, gut Ja, wir müssen erst 22 E und die Schützen ausschalten, ist richtig Ja, Jan, wo bist du denn genau gewesen? Nordwesten Nordwesten Das ist irgendwie komisch Ist der denn gestorben, der Junge? Nein Ich wollte es noch bis zum Ausschaffen Ja, das habe ich gemerkt Kannst du mich holen? Ihr könnt mal hoch die Straße Ähm, negativ liegst Ähm, um Gehfeuer Tut mir leid Scheiße Wenn sie ausgeschaltet ist Dann kann ich dich natürlich holen Ich warte Aber dazu muss ich erst mal ausschalten Das ist doch Wenn du willst Ah Ja, wenn die halt smaken Das wäre cool Geil 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 Ja immerhin, ich war am lieben Ich sehe ihn nicht mehr Ich versuche auch mal zu 22 Mg Kann ich hier das Equipment nochmal ändern Schnell, dass da vielleicht ein Relay dran ist Ne Ja, ich versuche über die Straße zu gehen Keine Ahnung Ähm Ähm Feindlogi Fährt bei mir Südwestischkab vorbei Wo die Vertriebsmarker sind südöstlich Genau da fährt Oh das offene Feld Alter Foxy Hab ich auch gerade gesehen Mal gucken wo der hinfährt Ich schnapp mir gleich das Auto Und fahre ich ihm nach Ähm, ich hab ja 37er Musket bestellt Nicht mehr ran Ist auch jetzt raus Achso Nein, da hinten ist doch Gegner Ich bin im Musket Einfach wieder Im ganz normal Richtung gut Ich denke mal da Relay Feind bei mir Feindlogi Genau bei mir Ich guck mal Ich guck mal Ich guck mal Ich guck mal Oh, die Spock hier wie verrückt Genau auf deiner Station Ja, meine Pussy Die Spock, pass auf Die Spock, pass auf die Spock Dann werden die auch bei diesem Dreckmilch Wahrscheinlich kein Relay hat Ähm Die Scheißpflanzen Das ist ja anstrengend hier Geh weg, geh weg, geh weg Mal wieder mit Zaxi vordrücken Richtung Punkt Schön mit Smog und alles Alter Ne Alter, ich kann hier nicht wirklich auforientieren Ja, die ist weg Ja, die ist weg Ja, klar Ey, was soll denn das? Der setzt mich die ganze Zeit zurück Ich guck mal hier, ich gleite dann nach vorne Na gut, eben hat er mich die ganze Zeit zurückgeportet Egal, was hat die Kirche geworfen oder keine Ahnung, das hat gesessen Ähm, ist die Kirche falsch besetzt? Ich guck mal Ich geh jetzt ran Ja, es ist versetzt, es ist versetzt Ich schnapp mir noch mein Auto hier Nein, bock Ich guck mal Ich geh jetzt ran Ich gehe hier, MSB Ne, Fried Die machen es einem echt nicht einfach, sag ich euch wie es ist Ich guck mal hier Lad mal nach Nutzen wir die Zeit Ich denke dann hat er selbst gesprengt Ja, okay, dann sollte die Kirche aber jetzt eigentlich leer sein Wenn du das an den Punkt kommst War eine Gap-Bomb, also theoretisch ja Wenn Ja, also Kirche auf jeden Fall startig zu mir versucht, das rein zu kommen Und wenn es geht, äh Und ihr habt vielleicht mal den Ähm Den ganzen Tag geschaufelt Um einen Mg schießen Los, Norden Die Straß Ach, Mann Ich hab eine 8-8 hier gekommen, ja Die wird jetzt weggeknallt Wir legen noch mal den Rallye vor Wir legen noch mal den Rallye vor Wir können noch mal zu mir kommen Wir müssen ausfahren Sieh, ich weiß nicht, dass Wir müssen noch mal wieder auf ein Irgendwo da vor mir ist noch ein Gegner Da oben drüber sagst du Da oben drüber sagst du Oben im Haus Ah, ich bin hier alleine Ich frag mich gerade wie man die Die Äh Ich hab Wunder aufgehoben Ah So Auf X Shit, okay Also einer auf jeden Fall ich kommt Dann können wir wieder vorne stron Bei Schaufelmarken muss wieder noch Wieder irgendwas sein Jep Zauberlich steht Arbeiten hier drauf Dann vorwärts Ja, die haben mich Haben mich gesehen Zauberlich steht Arbeit hier drauf Dann vorwärts Ja, die haben mich Haben mich gesehen Großen fällst du rechts Ja, guck mal Guck mal, dass du da drauf fällst Jep, check Einfach mal drauf Einfach mal drauf Hab eingeraubt, hab eingeraubt Müsste jetzt eigentlich Erstmal Müsste halt erstmal wieder leben Fahrzeug fernseh Ja, keine Ahnung Geht rechts dahin Ich komm aus dem Norden Auf dem Norden Auf dem Norden Wir sind drücken Imps direkt aus Norden Kommen nicht los Wir haben auf dem Spieltuch direkt in der Mauer Angeklagen Da liegen Infanteristen Die haben irgendwo vor Die foppten waren nicht das einzige Ja Die Frage ist, wo Boah Ich bin zwei Wo? Das ist Immer das gleiche Jetzt werde ich wieder angerufen Warum werde ich die ganze Zeit wieder angerufen Ich bin nicht erreichbar Nein, ich bin nicht erreichbar Scheiße Ne, der Punkt ist Unterfeuer Ja, das Problem ist Die ziehen uns weg Ok Also vom Norden Einfach der vier Folgen Wirst du unter Suche hinkommen Ja gut. Rallye ist eh heiß. Es ist halt echt kackend mit einem MG anzugreifen. Wird lustig da jetzt anzugreifen. Wir haben unseren Punkt noch mal Rallye. MG, du hast ja auch die Fenster abdecken, also einfach ein Punkt aufhalten. Check. Das sehen wir, was du presst. Wenn 4 da rankommt, dann kommen wir auch da ran. Alle Rücken davor, der Punkt bleibt noch kurz. Da hat eine Pansom-Tabon, der ist mir gerade zu Sven. Gut. Ja gut. Weil du ganz schnell bist. So komm einfach. Bis du ein Rallye findest. Da muss irgendwas sein. Da wo ich jetzt bin. Ne, hier ist nix. Ja, ja. Weiter im Westen. Weiter im Westen. Genau. Alle nehmen im Westen. Ich bin vorne dran. Aber ich bin ausgeballert worden. Da komm ich nicht durch. Ja, ich mach auch da, wo du bist. Dann muss schauen, was geht hier. Ist nix. Ne, wir sind hier den Fluss zu verlangen. Äh, Richtung... Genau. Westen. Okay. Wer schaut, dass du was findet. Ey, willst du mich verarschen? Ey, willst du mich verarschen? Ja, guck den Gericht um. Ja, guck den Gericht um. Ja, aber dann krieg ich den. Du schaffst das. Ein bisschen Schwerfeuer da rein. Soll ich ein Pfeinfob vor. Na. Na. Mein Kopf weg. Ich hab mal mit. Ich hab ein Panzer hier unten um die Gegend. Ist schon gut. Scheiße. Wenn der Gegner weiß, wo du bist, du aber selber nicht. Dreck. Was ein Scheißdreck. Nehmt. Rett-at. Garnadier. Hm. Wir nehmen mal die Sten. Wir gehen mal auf den Mordaar. Was ist denn der Schepper? Der... Der Zepper. Ich hab ein bisschen Bock auf Schweres Combat. MG ist irgendwie hart. Scheiße. und ich habe keine moni mehr Planeten 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 alter ach scheiße man ich hab den Überblick verloren ok wir spawnen bei der 97 alle nicht mehr beim Rallye spawnen nicht mehr beim MSP spawnen alle beim 97 ich werde boom bei der 97 super wo haben wir eigentlich keinen Motor ausgeschaltet ich liege wir haben einen Panzer der ist aber nicht uns der ist bei laut ja ist mir egal 97 ist kein Beschuss das bohren und zu veranstalten und einer also einer steigen kann man das eigentlich noch abbrechen wenn man einmal da drauf gedrückt hat ich will nicht ich will nicht raus ich will nicht raus wie kann ich das abbrechen das ist schon eine Endstation ja ist eine Endstation ja ist eine Endstation geil ja ist das falsche Panzer eingestiegen ja da wird jetzt der Panzer hier rein ich bin schnell glaube ich noch ich glaube ich zu die ich glaube ich bin schlecht ich glaube ich bin schlecht ich bin sicher ich kann gleich Das kann nur gut gehen. Ja, was? 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 Das ist aber gar kein Auto. Zug! Achtung, Strafbrauch. Laterne ist viel schlimmer. Der hat seinen Armraut eigentlich, habt ihr es gesehen? Telefonmaß. Denk ich, bin klar. Aber wir sind hier nicht in Bayern. Mit 5 Maast hier darf man hier kein EGW mehr fahren. Dafür geht es los. Du meinst, das ist... Ja, aber es ist toll. Sonst ist es sicher, ich habe einen MSP da inzwischen. Ja. Das war's, was du dieses Jahr. 1380. Ich gehe halt hier auf dem Feld. Ja. 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 Ich glaube, wir sind tot. Ich habe noch nicht aufgeben. Noch hat er einen Kurs. Ich wollte gerade noch aussteigen. Ich wollte gerade aussteigen und mich nicht in diesen Chaos Verein unterstützend rein Aber nö! Aber nö! Medic! Ist das ein Panzer? Ja! Oh nö! Oh scheiße! Das klappt schon! Ich würde sagen die CETA, wenn du mich holen würdest, ne? Äh... ATLAM ist für das Wort. Ja! Nächstes Schuss! Ja! Der hat gerade den ganzen Truck einfach aufgeräumt. Ja, das brauchen wir gerade noch nicht. Nur der AT da. Dann nur die Rechnung 16, bitte. Stimmt ja, das ist selten. Ich bin wieder an den. Ich bin da vorne aufeinander. Ich bin schossen. Ich blot. Also vom Rechnung 16. Ich bin direkt aus. Ich bin schossen. Ich habe einen Täter, der unser... ...ein Ding ist ja kaputt gemacht. Ist doch noch ein Blitz. Ja, okay. Ähm... ...und dann kommt jetzt auf 16. Ähm... Wenn die durch ist... ... gehen wir Richtung Süden. Beziehungsweise wir können Kölschland spawnen Richtung Süden mit... ...ähm... ...mit Rochgranaten bevor. Die wissen, dass wir hier kommen. Ich du Süden? Ja, Panzer kommt. Ja, Panzer kommt. Der Panzer kommt. Der Panzer kommt. Auch dichter. Hoch dichter. Uff! 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 War mal gleich. Ist übrigens vor allem zu gehen. War nämlich in Richtung Befestigungsmarker. Direkt spammt. Wenn ihr... Wenn ihr spammt. Dann geht das. Versuchen wieder vorzukommen. Das war ein Versuch wert den Kapitän auszuschießen. Den ähm... ...Kommandanten. War ein Versuch wert. Ich habe kein Versuch durchzukommen zu mir. Ist irgendwie geht. Ist schon gestorben am Rallye. Ah, klar. Scheiße. Das mit dem Rallye. Das wollen wir nicht probieren. Da ist der Panzer. Fährt da drum herum. Ja. 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 So. Spawnen wir wieder in der FOP im Nordosten. Gleich wenn die aufgebaut ist. Durch die 7. ja gut das machen wir zum fahrzeug zählen auf dem fahrzeug bauen und dann rüberfahren in diesen waldpunkt weil übers offene feld weiß nicht jeder alle was haben wir denn hier wir haben ja den kapp ist charger bedeutet ich kann dann dann haben wir hier die gemmonbomb ich habe keine ahnung was die gemmonbomb genau macht größeres beutelchen aufschlag bumm ok danke von wo von den mühlen welche mühle kann ich nicht sagen aber nicht die rügenwälder oder nicht die rügenwälder habe ich gesagt ja rügenwälder das ist eine von den mühlen der braucht ein bisschen ich werde gleich erschossen wenn er den rafft jan komm betäuscht mich nicht 10 9 8 7 den hat er nicht gerafft den würde er auch nicht raffen es sei denn einer schreibt ihm noch wurde ich nicht exekutiert für den gag rufe ob ich einen dienst klappe zum saufen da ich dir zum saufen das ist eine scheiße ey die haben immer irgendwo einen sitzen das ist ja übel krass da ist gar kein durchkommen wenn wir mal im punkt rein kämen wäre ja schon übel geil aber nö von wegen der bot geht doch ich habe ihn doch ich habe ihn getestet ja warte ja warte mal ein bisschen tippes wird schon knappe tippe an so obwohl warte mal der flach ging das ging um den anderen ne müsste jetzt funktionieren das war der andere bot am besten die die also die 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 Das ist nicht unser Panzer. Das haben wir hier den Punkt uns erarbeitet, den wir vorhin schon einmal hatten. Von uns. Was schießt er da? Was schießt er? Wo hat er die ganze Zeit der Gegner gesehen? Ich sehe hier keinen einzigen. Was schießt er? Ich lad mal nach, noch einmal die Möglichkeit, bevor wir gleich wieder einen Heller kriegen. Einer von unseren da oben. Ich hab einen. Was schießt er? Was schießt er? Was schießt er? Was schießt er? Oh, den hab ich glaube ich getroffen. Und dann steige ich ein und er fährt mitten in die Gegner unten. Und das ist ein Elektrizier. So bleibt die Gegner. Ich hätte jetzt alle gebildet, aber nö. Bei mir hier hinten ist gerade MSP oder Lodgy Richtung Osten gefahren. Gut. Könnte es sein, dass der Artig gerade runtergekommen ist eventuell? Ja, dann kannst du mich retten, andere Straßenseite. Ich kann es versuchen. Du musst aufpassen, rechts von der Kirche kommen die die ganze Zeit. Ja, sollte. Sollte auf jeden Fall. Hey, ohne Witz, ich hatte echt vergessen, wie ich anstrengend pro Skriptum sein kann. Gerade so als Angreifer. Es kann cool sein, es ist aber auch mega anstrengend. Ja, da war ich. Oh ja, da war ich gerade. Oh, die waren da direkt von und westen schießen. Angst. wo kommt denn da wenn da 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 wir müssen halt langsam in den Punkt rein hab einen und hier hatten ja geht's gut sehr vorsichtig wenn du da raus gehst nein scheiße boah alter die sind überall zum Glück habe ich jetzt ein paar gesehen wenigstens aber sonst siehst du die ja nicht mal oh wir haben noch vier Tickets ich will eins kriegen ich will eins dieser vier Tickets kriegen und dazu drei Tickets los sieben sechs fünf vier und dann jetzt spawnen gleich alle und dann ist es eh vorbei einer darf noch spawnen und dann ist das Ende ja energ gü gg 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 ggl gg dags Zwei Kills, immerhin. Und drei verwendet. Drei verwendet, drei verrundet. Alter, für neul, Lukas. Ja. Das ist mega anstrengend. Das ist schon anstrengend. Also vor allem als Quartley dann auch noch weiter. Ja, vor allem, du siehst dann halt auch... Scheiß durchzugehen. Ich gehe mal ganz kurz vor kleine Soldaten. Und dann... Papa. ...gehen. Die Katze hat gekübelt. Direkt neben mich. Direkt neben mich auf den Boden. Du hast gepieselt. Gekübelt. Die hat gekotzt. Boah, das will ich nicht wegmachen. Aber sie muss. Boah, das sieht so eklig aus. Guck mal, ich habe das für dich. Ja, so ungefähr. Und ich habe das nicht mal mitgekriegt. Ich bin aber auf dem Klo. Ich bin gleich wieder da. Nee, nicht auf dem Boden. Ja, ich weiß aber auch kein Squartley. Aber auf dem Boden. Oh Mann, ey. Was eine Verarsche. Kannst du dir nicht vorstellen. Ich bin sicher, das 그래, das wird ja nicht wahr. Oh. Oh. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich glaube, ich muss ausziehen. Das ist die einzige Lösung. Ich muss mir gerade wirklich ein Tuch holen. Alter, das ist eklig. Und der liegt hier neben mir und tut so, als wäre nichts. Da, der Kriminelle. Das ist er. Seht ihn euch genau an, den kleinen Huren mit Hurensohn. Das ist er. Hier. Hinten Profil, Seitenprofil, vorne Profil. Und du hast da hingekübelt. Nein, lass den Stuhl in Ruhe. Nein. Er hat sich im Stuhl verhakt. Nein, lass den Stuhl in Ruhe. Loll. Der will den Stuhl auch noch mitnehmen. Vielleicht reiht er nochmal hin. Ich hoffe nicht. Na ja, eine Mutter. Okay. Ähm. Geht ja gerade, ist los. Warte mal. Oh, bitte. Kann der reden, ey. So. So, Gas. Okay, lass einfach mal bei 4 rein. Bei wo? Bei Dog Squad. Äh, Deutschland. Äh, hast du hier Panzer oder? Ja, ja. SS. Weiter 4. Dog Squad. Ich glaube, der kann nicht reden, der Squad-Lead. Oh, doch. Oh, nice. Der kann reden. Das ist geil. Okay, das klingt easy. Äh, ja, ist schon geschauffelt, ne? Genau. Kannst du wieder einsteigen? Oh, wir werden beschossen. Oh, oh, oh. Gas, Gas. Lass die Leute stehen. Rein, 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 rein. Du musst laufen. Du musst laufen. Du musst laufen. Ja, natürlich, Mann. MSB ist wichtig. Okay, dann ist das gut. Geh, äh, links von der Brücke, da gibt's nur eine Fußgängerbrücke, da hast du ein bisschen mehr Deckung. Im Geh müsste es jetzt auch Deckungsfall mal geben. Ich glaube, da liegt ein Panzer auf uns. Ach, das geht schon. In den Himmel. Ah. Wir wurden zerstört. Ihr lebt noch nicht. Park wurde anscheinend zerstört. Aha. Das Problem ist, wir wurden noch fügt. Selbstverständlich. Das Problem ist, dass Leute irgendwie durch die Gegend fliegen, wenn sie getroffen sind. und dann halt keinen Schaden kriegen, aber dass die Leute durch die Gegend fliegen müssen. Ah, äh, nee, ich brauche einfach rüber. Oh, ich bin raus. Äh, der wird. Der Tod spawnt, bitte. Gut, dass ich mir nicht irgendwie geflogen bin. Äh, rückt bitte Richtung, ähm, fast vor. Nehmt ruhig Decken mit. Versucht, äh, Beschuss zu vermeiden. Wir versuchen bis zu fast relativ bemerkend sein. Und da hast du gelernt, anfangen zu schicken. Erstmal mitten auf der Straße laufen. Was bist du für eine Klasse? Ich bin einfach nur Schlitzer. K98 kurz. Kann ich bei dir mal Munition abholen. Du kriegst gerne Muni von mir, kannst du klicken. 50 GB war drunter gelassen, aber dafür haben wir jetzt schönes Graf. Guck mal. Oh, das ist ein entspannter, kein Squash zu machen. Das ist ja so, so entspannt einfach. Ich weiß nicht, ich mit meinen... Du kannst einfach reden zwischendurch. Ich weiß nicht, ich mit meinen... Ich kann's einfach reden zwischendurch. Ich kann's einfach reden zwischendurch. Wir sind aber Grafik-Huchen und er akzeptiert das. Ich wollte es gerade sagen hier. Ich finde das Spiel aber gar nicht so arg, ugly. Also dafür, dass die Karten so groß sind. Ja, ja, ja. Ich meine, es ist halt... Dieses Pix-Liga geht ja irgendwann auch brutal auf die Nerven. Von dem Gras, aber... Ja. Sonst ist ja schon alles ganz gut. Jetzt mit dem Gras müssen sie irgendwie anders machen. Haben die nicht nach dort stehen, die da gerade unabballern? Oder was? Entschuldiert, hey. Oh, okay. Ist ein bisschen wie das Störbild von altem Röhrenbildfernseher, ne? Ja, ne? Ich glaube, das MG hat uns gesehen. Au, au, au. Ach, da sehe ich ein paar Gegner da oben rumlaufen. Au, 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 ja. Hab's nicht so gemeint, au. Oh, fuck. Vor uns am Warn gab es einer. Warte, 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 warte. Ich hab Sicht, warte. Ist tot? Alles gut, ja. Aber die wissen jetzt, deswegen müssen wir uns noch ein bisschen beeilen. Lauf, 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 lauf! Gut. Funke, reicht's von dir? Kannst du mich hochholen? Ja, geh du mal hoch und guck, dass du die ganzen Warn-Darm abdeckst. Ich geb dir Deckung. Das ist der Pio, oder? Ja, meinst. In Pio, was? Ja, ich komm nach. Ah, tschuss. Ja, 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 ja. Weißt du, anstatt dass die Katze jetzt das Generierte von sich selbst futtert, nimmt er jetzt das neue Essen. Ja, 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 ich guck schon. Gut. Wir haben jetzt einen Warn-Darm-Unterrschuss auf jeden Fall. Diese Katze, ne? Ich hab sie nur noch diese Woche übrigens. Also ab nächste Woche, bitte, nächste Woche irgendwann. Hat sich das... Ich werde anscheinend nicht hochgeholt. Hat sich das. Halte bitte Gott, denn Swornlifter habt, wir kriegen dich davon im Süden. Ja, bleib liegen, ich hol dich mal. Ja. Ach, ich hab ja gar keinen, gar keinen Fernklass mehr. Rechts oder links? Okay. Mann, der hat Bock. Der Schütze durch mal zu holen. Halt bitte den Swornl, wir kriegen jetzt gleich eine Form. Kein Rücken, wir durch Strahl 3 hier. Und du ruhig, schon versuchen, der zu kommen. Ja, die haben... Rates auf jeden Fall nur noch. ...2MGs ausgerichtet, so. Moment, kurz bitte. Das Wort wird in der Fall. Ja, links hab ich auch einen. Äh, Pio versuchen Richtung, äh, Panzer, beziehungsweise Backmarker, Foto rücken, um die Sachen zu bekämpfen, zu tracken oder ähnliches. Jawohl. Wir sind am Campen, versuchen auf den Punkt zu rücken. Äh, rechts, 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 rechts am, ähm... Alle müssen auf, Pio, bitte auf den Punkt. Ja, müssen aufpassen, die Warnung. Ich hab halt einen MG auf mich gerichtet, was soll ich machen? Ich versuche hier mal Level reinzulegen. F***, ganz kurz, was findet besser? MG42 oder MG34 hier im Spiel? Beides sind Foto. Ja, beides gut. Also kommt drauf an, was... Na, da wird man das andere holen. 434 ist halt präziser, weißt du? Ist ja nett, wie sie zu machen. Hat doch Kadenz. Äh, Pio Richtung Schienen. Pio Richtung Schienen. Und der rollt ein Panzer drüben. Guck mal, ob du den nicht abholen kannst. Ja, ich hab nichts zum Nächsten zu holen, also... Und MG-Feuer, auf geht's. Das ist ein... ...leer Panzer und... Es war zu erwarten. Es war zu erwarten. Da kämmt die ganze Zeit einer auf unsere Posi. Mh, seit zum Essen. Bin hier wieder Ammo leer hier, ich kriege... Scheiße, man hat es. MSB gestrengt, also das meins hier. Haben wir eine AD-Lar, der bei der Forbes sorgen kann? Ja, kann ich gleich machen, ich versuche zu sterben. Oh, shit, ja, I see. Vor mir ist auch noch MG und Infanterie. Ja, auf meine Position. Der Kommandant ist tot vom Panzer. Kann mir jemand sagen, ob ihr auch bei... Was bei Fragezeichen steht, da steht irgendwas auf der Straße. Ja, das sah aus wie eine Mette. Äh, soll ich jetzt AT oder... Also, ist der Panzer noch da? Der Panzer ist noch da, der kommt in Richtung... Okay, ich merks. Auf der... Auf den Schienen, Leute, Infanterie. Vorsicht, da Leute, Infanterie. Ah, ich komm ruhig in den Panzer. Können wir uns nochmal genau markieren? Ich hab ihn abgelenkt, ich kenne der Schatz zu mir. Ja, er ist mir abgelenkt. Okay, jetzt muss ich die Scheiße hier ballern. Weiß ich nicht, ob ich das schaffe. Jawohl, Richtung Norden. Auf den Gleis. Wow. Geht von der Schienen runter, da beschießen sich zwei Panzer. Oh. Sie sind auch in der Waldspur. Ich glaub, ich hab nicht getroffen. Wir drücken zum nächsten Punkt. Gut. Das ist so scheiße. Okay, jetzt geht es nicht. Popgeläub, bekämpft sie und ansonsten besucht den nächsten Punkt. Wenn ihr Stab packt, du mal kurz zu vorn bist, ist es drin. Alter. Dieser Paket stresst mich so glaubwisch. Warte, ich krieg's glaub ich jetzt. Och Mann, ich kann mit dem Ding nicht umgehen. Ich hab dich nachgeladen. Ich kann's nicht. Ich kann nicht AT spielen. Ich kann einfach gar nicht AT spielen. Das ist mein Geschmack. Es ist so schwer. Ja, glaub ich dir. Einfach nachzuladen. Ich glaub, du musst stillstehen, oder? Um nachzuladen. Du kannst... Ja, ja, ich kann keine AT spielen, sorry. So, ich behörne vor bis jetzt der... ...de ganz... ...de ganz... ...de Panzer. Mann, ich hasse das so sehr, ey. Das ist so komisch, mit dem Panzerschreck zu aimen. Hast du den richtigen... ...die richtigen Planung mal eingestellt, oder? Auf gutem Glück. Ja, du bist du mal un-aimst mit dem Teil, du musst alles doppelt und dreifach klicken, irgendwie gefühlt. So ätzend. Das ist einfach... Also das Ding ist überhaupt nicht... ...muss. Hast du vielleicht Munition? Ich hab Munition, ja, aber ich bin... Ey, ich mein' nicht dich. Hast du Munition? Achso. Dann halt nicht. Ja, ich kann das... ...un-aimst mit Munition drauf. Ich hasse Team-Mates. Die Munition geben. Schrei von Westen hervor. Den Fahrzeuge liegt Westen mit ca. 400 Metern. Wir brauchen irgendwie über. Shit! Da kommt ein Flieger. Ja, das war für dich verbraucht. Feindfeuer, wenn ich möchte. Da kommt das Mord aus. Panzer bewegt sich jetzt wirklich zum Pum. Da wurde Infarker gerade gesetzt. Da kommt jetzt der Panzer. Bezüglich. Oh, das ist ja doch ein Panzer. Ja, mach mal. Wir kriegen auf die 58 Tramminger. Versuche dich aus dem Trams. In die Richtung aus. Da kommt was auf dem Brust. Im Zweifel halt mal ein bisschen. Einfach mal machen. Füllen einfach durch den Brust dort. Mit der Position. Fast einnehmen können. Aber nein, ich musste ja noch da rumlaufen wie ein Beklopter. Fuck. Vor mir läuft ein Abi. Oh, nicht am Trinken. Hier mal. Oh, kacke. Vor mir ist ein scheiß MSP. Und ich kann nicht mit Atem umgehen. Ich kann nicht mit Atem umgehen. Okay, meine Position MSP. Vielleicht 10 Meter südlich. Im Süden verpunkt. Ich lege schon genauer. Perfekt. Wird gerade umgepackt, höre ich. Gerade umgepackt. Die kommen auch alle aus der Richtung. Ja. Brauche ich oder brauche ich nicht? Ich lege gleich unter 1. Die kommen auch von den Osten. Äh. Also von den Osten. Ost vom Relais. Mindestens 2. Oh, komm. Oh, komm. Oh, komm. Och mann, ich hasse das Spiel gerade, das ist gerade anstrengend. Die sind 50 Meter nördlich von so einem Rallye im Grabensystem drin, also könnte gleich sein, dass der Rallye fällt. Wo sind die? Südlich? Nördlich. Vor uns nördlich, ey, ich hasse, ich... Immer wenn ich AT spiele, geht alles im Bug runter, echt, das ist so krass. Ist wieder gewechselt. Ja, genau. Äh, es kommen fachiger Panzer über die Straße auf dem Punkt zu. Ähm, ja, auf dem Punkt zu. Wieder so ein Anti-Air-Ding. Jo, die kommen auf jeden Fall weiter aus dem Nordosten. Kannst du überhaupt noch was aufhören? Kannst du überhaupt noch was aufhören? Kannst du überhaupt noch was bekommen? Schon. Gewechselt werden. Hm. Haben wir captored. Hm, haben wir captored. Ja, die kommen in Nord-Osten, die müssen irgendwas zum Spawn haben Ja, das ist bei dem Grabensystem in Nord-Osten, die gestrichelte Linie, da haben die einen Spawn Ja, wir haben die einen Spawn Ja Gut, ähm, MG richte ich immer in die Richtung aus, wir versuchen mal als Korn in den Spawn am Osten hin Okay, in welcher Richtung nochmal? Nord-Osten vom Relais Relais schon heiß Relais schon heiß Relais, 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 Relais Medic, mach den mal auf, so mach den sauber bitte Ich hab vorhin einen Wurzeln, hatte ich einen englisch-sprünglichen Spieler, der hat eine Granate, da haben Relais bekommen, um sauber zu kommen Haha, ich hab voll GG Achso, im Prinzip direkt gewonnen Ja Ja Ich bin zuziehen, Relais, freizumann, bitte linker Versuch Und da ist ein Gegner liegt, ne Und da ist ein Gegner liegt, ne Ja Der soll halt mal da reinballern, also Ja, dann vorrate ich halt mal eine Position, das ist immer der Punkt Ich mein den, den ganzen von uns Fuck, ey, hier ist ja voll der Krieger am Rally Okay Ah, der Rally musste weg Oh, der Rally musste weg Okay So Okay Was ist das? sag dem Panzer mal, hier kommt ein Panzer auf dem Damm direkt bei meiner Position ist ein Panzer, direkt bei meiner Position, Panzer und Infanterie jetzt muss ich schnell gehen, an den Panzer, der ist hinter dem ich lauf dem hinterher im Prinzip, einfach Dauer markieren, schön rot Panzer, hier ist ein Panzer, hier, genau, Holz drauf go get him, da ist auch noch Infanterie bei der 86 Panzer auf jeden Fall, Panzerkampf aufgenommen oh, Scharfschütze ist frei, ja, warum auch auf RT gehen, wenn ein Panzer direkt vor der Tür ist ja, richtig ok, dann nehme ich jetzt nochmal mein Panzer weg komm es, dann komm es, dann komm es, dann guck das hier, georg dafür, dass er zerstört ist ja, ich geh mach mal Sani und geh mal ein bisschen mehr in Close Com dieses, was ich eigentlich vorhatte, hat nicht geklappt äh, da sind Schütze im Bunker, beim Böden, das ist ein Volmsbeschlag, Bunker ähm, ja, ich rück ran, wenn ich sage, warte, fack, wo? Panzer ist noch besetzt, Panzer ist noch besetzt? Lukas, warum müssen wir nochmal die ganze Zeit ähm, 20 Meter können auch verteidigen ne, der Turm ist noch besetzt der mag mich nicht bei Windcamp an, im Hand ist nichts mehr großartig unser Rallye wird geschossen, vorsichtig ist halt auch noch Infanterie bei 86, also, ich bin noch nicht ganz ran, oh komm, 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 okay, los, komm keine Ahnung von wo Toto Tatsächlich, ich komme aus Sechen sorry ja, irgendwo ist hier einer und ich erstmal, ich höre irgendwas und schieße einfach erstmal drauf ist jetzt nicht die beste Variante und gibt vielleicht auch Ärger, aber Alter, durch den Auge was ist das denn? ok, ich habe ihnen einen mitgegeben dem Panzer, bleibt nicht einmal richtig ich schieße ihm einfach Front oder rein und das juckte nicht und dass man einen Panzerschreck hat ich habe ihn, ich habe ihn ich habe ihn, alles gut ich muss direkt zurück, hier kommen Granaten rein weil hier muss auf jeden Fall umgelegt werden kritisch danke von links von links oder was, ey was passiert hier? ja ja readyhot super äh, willst du die Spezialklasse haben? ja welche wäre das denn? ganz schwere Panzerabwehr, Schießbecher, Scharfschütze, leichter Mörser Scharfschütze würde ich nehmen ja, ok, dann wechsel mal jetzt irgendwas erstmal anklicken Scharfschütze ist, ja, habe ich ach, du hast die Scharfschütze, ok, ich kann auch noch Schießbecher spielen ok, easy hat nicht geklappt paar Schütze kannst du doch machen ne, war ausgegaut ok ja, dann hat da vielleicht einer grad geswitcht dann bleib ich mal sani ey, da ist ja immer noch ein Panzer im Norden ich werde nicht mehr kannst du nochmal auf Panzerabwehr exkeln und dann, äh, Panzerabwehr und dann im Norden mal vorbeigraxeln gibt's gibt's nicht mehr, ich hab nur sani ist jetzt für unsere Rallye hier über die Hände gleich Panzer ist nach Süden durchgefahren ja, ich seh ihn ich bin hinter ihm Panzer seh ihn mies aus, wir verlieren zu ähm, MSP, MSP ist heiß na, ich seh auch nimm ja nimm so, unser MSP ist heiß MSP, Leute, MSP oh, Leute, ich hab doch nichts mit na klar kommt drauf schneller, das ist wenn er einfach durchstellt dann nicht naja, kommt ich geh mal zur nächsten Hänge heilige ey, der halt auch hast du ihn? ne er ist ne Greasegun, das ist ne MP wir müssen gucken, ob der war oben äh, wir kommen nach Süden, wir können noch einen überleasen ja du schaffst es die ist übel ungenau die grüß kann banik vor allem erstmal geht er erstmal geht er auf die nebelgranate was willst du mit der nebelgranate das spiel ist ja wenn man durchscrollt das ist mega dumm das ist mega dämlich ich würde dir auch ganz ganz krass empfehlen du musst also auf keinen fall scrollen immer mit 123 ja gut wenn man die ganze zeit durch die gegens wird schon nicht weiß welcher punkt welcher ist ja ja das fühlt sich einer klasse die ganzen hotkeys also gut irgendwo ist es halt immer das gleiche aber ist schon also das grün ist echt blöd kacke was kannst du laut sagen ich finde es halt so kritisch wenn man absolut gar nicht sieht wo der gegner eigentlich rumwabert da ist viel mit hören hier irgendwann sieht man auch den gegner im letzten moment und dann ist es echt also es ist krass wie ich ja ich habe einmal nach hören gespielt und habe ich unseren drubblieder erschossen war nicht so gut aber er schreckt sich ja doch übel ne ich finde schon andere linien macht ja auch eine menge die wasserfläche ist so ein bisschen die perpentine oder nicht perpentine panzer schokolade ja ja was war es ich weiß gar nicht mehr genau bevor ich jetzt was falsches sage ja so ist eigentlich die wasserflasche du hältst länger durch kannst genauer schießen nicht verwechseln nicht verwechseln mit perversitin das ist das was du hast perverse tower hat nix mit terpentine zu tun nicht jetzt lukas ich muss gerade mal ein wenig also jetzt hab ihn ja alles gut weil die wissen dass wir sind aber ich hasse es wenn panzer dominanz nicht also es ist echt krass das panzer ausmachen im game auch im wald hier was schon neben mir links oder rechts neben dir keine ahnung ich glaube rechts auch und da sind noch ein ich hab wieder im wald ich müsste den squad hier erstmal abgeben will es jemand freiwillig machen nein bisschen genau bist du dir erschossen Nein offensichtlich nicht oder hat einen anderen getroffen, keine Ahnung oh man ey oder es war noch ein anderer, ich weiß nicht es würde sich von links schade vielleicht auf Pistole wechseln südöstlich von Somerale ist der Panzer Braummel ne wow, Amis in der Defense ist echt krass okay, wir simmen uns bei dem schnellen Movemarker und dann machen wir einen vereinigten Busch nach vorne und versuchen vielleicht auch den damit wir nicht allein nach vorne werden ich würde noch einen Plan an an den meisten Plänen fehlt es allerdings an der Umsetzung boah ey, die hängt also die hängt aber auch echt alle auf einem Fleck rum dürfen wir das nicht naja eine Granate und ist ungeil okay sammeln bei mir und dann werden wir eure Nebel knaden und dann rennen wir los Rally's Heiß, Rally's Heiß Rally's Heiß auf 2 auf 2 2 let's go und zuwinden alles klar cool 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 Ich versuche euch mal zu holen. Ich bin tot. Fuck, fuck, fuck. Gegner, Gegner, Gegner. Gegner hat's. Gegner hat's. Kriegst du den verteidigt? Bei einem Typ. Warte. Hab ihn, alles gut. Gut, dass es mich gibt. Denkt mir auch immer gut, dass wir den Lukas haben. LOL, das war ein richtig gutes Straffing-Run. Da wurde gerade gestraft. Okay, nächste Runde verteidigen wir. Egal was kommt. Heiliger Elf. Von wo? Wie von wo? Weiß ich nicht. Ich bin ja nicht Squadlead. Mal dann warten. So, jetzt kommt ein Call. Okay, es wird oben, äh, im Norden, an der Fog gespawnt. Da wo du bist, sag's doch gleich. Und wir sammeln uns. Hier. Bitte diesmal nicht den Gegner austesten. Hat nicht gut funktioniert. Alles klar, testen wir. Wir testen einfach alle Seiten aus. Wir werden beschossen. Fuck, der Test ist, glaub ich, nicht so geil. Ja, der Test fängt gut an. Ist wie so ne Prüfung und du nicht gelernt hast. Ist einfach nur Scheiße. Das ist einfach nur Scheiße. Ja, das läuft gut. Wir haben sie einfach nur eingegraben. Wir haben sie einfach nur eingegraben, eingeschossen. Ich werd mal ein bisschen drauf mörsern, macht ihr mal. Ja, das wär geil. So, circa 100 Meter. Nee, der ist tot. Ey, nee. Ja, warum denn immer den Mörser? Willst du mich holen? Was ist hinter uns, euch? Hallo. Alex. Seine pfaunige Wacke. Ah, du dich. MADIC! Ja, ich komm ja schon. Hahaha. Jetzt Rauchgranate? Oh, schön. Mit Rauchgranate. So wie ich dir gezeigt hab. Wartet, ich komm. Ja. 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 Ja, welcker wir sind einfach Rambo. WHOOOO. va cada Etc o und den kompletten trug sie überliebt er gibt noch ein pflaster mal schauen wie gut dieser push richtig gute aktion muss man sagen einfach mal ein bisschen stream gucken was sieht ach so der panzer jungs wir haben panzer neben uns was machen wir ist es auf der panzer position erst mal ein rally setzen Meinst du ich treffe den von hier aus? Doch 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 Ah jetzt fährt er weg Ist genau bei euch ne? Machst doch keinen wunderschönen Wo ist er? Ah Richtung Ost Wow Ah der verpisst dich schon wieder Ok gut Leer ist Verblutet wahrscheinlich Ja dieses Drecks im G da Echte Zuck unten Gerne viel Spaß mach was draus Jetzt bald der ernsthafte Nebel rein Ob der klug wäre Glaub ich dem nicht Ith 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 Komm der hat keine Ahnung wo er hinschießt Auf gehts Perfekt Perfekt Sind wir uns ja einig Geil Ich werfe an der Gebündelgranate vor Achtung Oh fuck die ist zu kurz Egal Feiner Wie dein Schlörr ist auch zu kurz So wir sind jetzt drinnen Alter Rallye direkt meine Position Internet Scheiße Werf einfach auf mich Hinterm Rallye hinterm Rallye Kannst du meine Position markieren bitte? Kannst du meine Position markieren bitte? Ok wir haben gerade erst go für's Charge bekommen Alles Jungs Ja toll Ja kannst du meine Position markieren für den Rallye Geh mal noch meine Position Rallye Einmal markieren bitte Boah der markiert nix Ich krieg die Krise Ich krieg die Krise Ich krieg richtig Rrrr Kann er Kann er Kann er Kann er Kann er Kann er Einbruch Ok wir Wir haben Befehl in den Schlecht hochgekommen Wir werden weiterhin Junge Halte man Wir werden weiterhin Ganz oben Ey So Und wir werden weiterhin Jetzt rein Weil Tor 2 hat es durchgeschafft Wir müssen die jetzt unterstützen Wir müssen da jetzt reinkommen Das ist Wo will er reinkommen? Will ich das wirklich wissen? Es wurde immer gekämpft Also bin ich gerade auch schnell rein Ok immer noch mal vor Viel Spaß hier Beim Reinen oder auf den Aachen Südästen Vor Das war Okay Das ist derselbe Mann wie gerade Kommst Ich hasse es Doch 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 ich wechsle die ganze Zeit die Specialisten Was macht dieser Panzer? Er macht einfach alles Aber jetzt Das bauen wir weg von uns Müsste mal ein Redding aufbauen Müsste mal ein Redding aufbauen Ok Ok Was? Wie der jetzt einfach die ganze Zeit Meint ihr könnt da rumfahren Und keiner Keiner kann den Namen mehr Also ich bin ja auch so ein schlechter ATler Das ist einfach krass Kann jemand besser AT spielen als ich Kann jemand besser AT spielen als ich? Wenn man halt in Ruhe Um ihn wegzunahmen Dann nochmal zu weit kommen Ja Junge Er killt mich jetzt Das Ding bleibt halt nicht stehen Also Ich lege mich jetzt mal hin Lock den mal an bitte Rett mir hier schön rum Und dann Ja Irgendwann Alter Das ist jetzt 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 Schillt der da hinten Und Schließt auf mich gleich Was für eine Überraschung Ayo Medic hast du noch eine Granate? Jo Was brauchst du für einer? Links von uns Rechts von dir Leicht rechts Gut Also wir sammeln uns Auf dem Sammeln In der Nähe Und machen uns bereit Wir warten Bis der andere Squad Bei Punkt 18 ist Und dann wird angegriffen Mhm Kannst du ja vielleicht versuchen Rallye zu setzen? Ja Ich schalte mal Rallye zu setzen Sondern ihr von einem Kadavis Haha Könnte böse sein Den Rallye da gesetzt haben Okay Hier erstmal halten Nicht sterben Hier könnt machen was du wollt Ungefähr hier beim Sammeln Punkt bleiben Und dann zu beide das Kommand bekommen Rennen wir los Direkt vor uns Auf unserem G Hier bei dem Schützenfeld rüber Das wird schon Hilfe Hilfe Das MG war auf der rechten Seite Das MG war auf der rechten Seite Genau das meine Noch einer Da ist noch einer Kann man dir was zu essen anbieten? Nein nicht Oh Ich muss Ja das ist Boah der Max ey Ja das ist ne gute Idee Eigentlich Direkt vor unserer Fresse am besten Wir haben grad keine Artillerie bereit Also wenn ich das richtig verstehe Haben wir bisher alles in Artillerie für verdammte Smoggranaten ausgebraucht Das stimmt so nicht Das sind zwei unterschiedliche Assets Das geht nicht Acht Minuten Wir haben den Marsch Hey Okay Geil Ey Unser Rallye wird irgendwie sehr stark Direkt eingegriffen Mach mal weiter Mach mal weiter Ich hol dich hoch Ich werfe jetzt ne geballte Ladung vor Ich werfe jetzt ne geballte Ladung vor Das wird schon Danke dir Seid ihr eigentlich verstanden mit diesem Mh Plan Nenn ich's mal Ja ja machen wir Tja und sollten wir hier Also habt ihr gar keine Chance Kannst uns ein Flugzeug bestellen Dann können wir direkt da reinreden Na wir warten noch auf den anderen Squad Achso ok Mach mal rein Was war das? Das war, äh Gerade ein Strafen der über unsere Zehn Minuten bekannte Positionen darüber gestrafe ist Und uns alle weggefetzt hat Mh Ich geh justo nochmal mit Mörser los Och NÖ Ich hab gerade wieder geswitcht es ist ein traum ich hasse panzer ich weiß nicht ja ich auch ich geh da nicht mit rein wir kriegen gleich die klicken gleich einen auf dem deckel genau das meine ich nämlich genau das meine ich das ist witzig so das sind der ist voll nervös, der zittert wie sau ja, ich muss positiv denken wenn vp ist, ist egal, wenn wir den Angriff nicht schaffen, haben wir sowieso wahrscheinlich verloren, also wenn wir jetzt zu schnell gehen rein Junge, aufstehen, Allah und jetzt wird gemörsert, Digga vor mir Feind, glaube ich, vor mir Feind, vor mir Feind, kannst du den abwehren, das wäre cool direkt vor mir noch mehr, noch mehr schieß, schieß das ist so witzig, einfach ja, shoot him down ich verstehe hier kein Wort das ist das ist so witzig ich bin gerade ein bisschen geflogen ey, was passiert hier ohne Scheiß cool du hast einen Baum getroffen ich? nee, der Panzerabwehr-Dude aus dem anderen Squad ja, kann man nur so bestätigen ich verbluten, ich verbluten ich verbluten der Kogra, komm und hilf mir, ich bin ein Anti-Panzer ja ja wait a second im Anti-Panzer thank you äh, kannst du mir helfen instead wir sind noch von euch in Buschrein ja jetzt hast du den Baum getroffen ich hab gar nichts getroffen wir haben alles verloren pass auf was passiert hier was passiert hier die deutschen Panzerhexe not found ja, das ist doch so, oder nicht wir gewinnen das noch ja ich kann nicht mehr, Leute, ey ich bin raus Nein Nein ich will nicht nein NEIN Ich will nicht Ich will nicht. Der Junge ist hier! Ich kenn den Hetzer, wird sie gerade noch sind. In den Gebüschen. In den Gebüschen, Junge. Wie viel Zeit haben wir ja gar nicht. Falls wir es zu weit schaffen. Wir müssen auch noch irgendwie kämpfen eine Zeit lang. Gehen wir da hoch und können auch einen Rallye. Macht aber an sich gut. Aber der Panzer fickt uns halt komplett aus dem Leben. Ich habe übrigens unsere Panzer noch kein einziges Mal gesehen. Doch, ich einmal... Wurde er gegen den Fly Flyer gekämpft und da hat er aber auch schon mal anfangen. Oh kacke! Infanterie. Hier ist übrigens Infanterie im Nord-Osten. Also die laufen parallel von euch nördlich. Das war eigentlich ein krasser Gutangriff. Einfach mal straight drauf. Aber ich weiß nicht warum wir das nicht schon früher gemacht haben. Aber ich weiß nicht warum wir das nicht schon früher gemacht haben. Ja, ne, jetzt ist es vorbei. Ah! Nein, geh doch runter bitte! So, wir feuern... Alex, wir feuern jetzt nochmal eine Panzerfahrs rüber, weil wir Bock dazu haben. Ich bin im Punkt. Ich bin im Punkt. Ich hab's im Punkt gesagt. Alex, guck mal hier, guck mal hier. Ich hab ein Riesenteil. Schuss! Alex, Alex, guck mal, ich hab ein Riesenteil. Ja, und noch eins. Hui! Hier willst du das auch haben. Komm, wir zeigen unser Köpfchen. Ja, zeig mal ein Köpfchen. Tschüss! Tschüss, viel Spaß, wir kippen doch gerade. Jaaa! Super, Lukas! Ich fand den, ich fand den geil, den. Oh Gott! Das sind unsere. Ich bin das letzte Aufgebot. Jaaa, also! Hat doch Spaß gemacht. Guck mal, Alex, ich hab ein Riesenteil. Jeet! Alter! Ey, aber der Ansatz ins Gottlieb war gut. Du meinst ein unglaublich vieles rumgeschrei. Jaaa, fand ich sehr, ähm, hart mitgerissen, muss ich sagen. Bis nächstes Mal beheben wir den Marderschaden beim Panzer vorher, vor der Schlacht. Er hat halt keine Panzer. Dann nehmen wir überhaupt welche mit. Ende! Ich fühl's auch gut wie der feindliche Ende. Ich weiß nicht, dass auch keine mehr Leute nicht wissen, dass beim Loading-Stream nicht geredet kann. Ich hab so weit Spaß, ey. Ende! So, äh, Deutschland. Bankland! Ich hab keinen Bock mehr auf Angriff. Okay. Lass mich so, wenn die wärmer trocken muss ich für die Amis ein. Nee, 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 geh auf die Amis-Seite. Bist jetzt auf, ach Gott. Nee, also die, die Amis defend'n. Just saying. Ach so. So, wir gehen in die zweite Gruppe, in die Charlie, in die Charlie rein. Auf geht's. In die Charlie, in die Charlie, in die Charlie, alles klar. Ja. Guten Abend. Moin. Direkt durchs von? Äh, ja, außer einer. Außer einer? Außer einer? Geil. Ja. Radioman könnte ich auch. Aber nee. Gar keinen Bock auf die Waffe. Du hättest mal, na wobei, hier hast du ja, hier hast du mal eine schöne Waffe, also es ist, das würde Spaß machen. Aber ich find, es sind ziemlich, äh, ja, aber la, mal überpassend. Was ich geil finde, ist wirklich, also die, das Equipment, also die, wie die aussehen, die Amis hier haben. Ich hab mir jetzt noch nicht wirklich irgendwie die Deutsche angeguckt, to be honest. Ach, das ist ja wieder vorher hier, ne? Mhm. Ja. Geil, der spricht auch noch lexig. Ah, das finde ich super. Den Noten. Ich bin noch mal im Triple Leader. Auf gehtet. So, das hier ist unser Verteidigungsparameter. Hier stelle ich ein Rally hin. Parameter. Parameter. Jawohl, warte mal. Jawohl. 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 Alter, jetzt kann man schon Rally sitzen? Okay. Ja. Wollen wir, ne? Und einer müsste man mit den MSP aus Basis holen bei Punkt 38 abstellen. Irgendwo ein schönes Versteckstück dort. Da! Nee. Falsches Ziel. Yes, Sir. So schön friedlich, der erst. Ich dachte, der war braune Mäntel im Schnee zu tragen, ey. Die Dummies. Na ja, aber im Geschäft schon ne bissl. Meiner war noch nicht braun, als ich hergekommen bin. Erst nach dem Toilettengang. Ja, ja. So viel. Ich wollte es grad sagen. Das war die vorherige Kampagne in Niedersachsen. Was? Kein Kommentar. Jetzt wird geschissen. Was? Ich flitz dich auf. Ich flitz dich auf. Ich bin mal gespannt, wie sie die Schneetan von den Deutschen gesetzt haben. Ich flitz dich auf. Ja, wir sind ziemlich leicht zu sehen. Die Deutschen etwas schwieriger. Ja, immer die anderen, ne. Das sagt man dann. Ja, das ist aber. Ja, das ist aber immer so, ne. Also. Ja, ich meine. Die bewegen sich. Die siehst du nicht. Nee, also. Nee, also. Nee, da geh ich. Ja, komm, geh nach Hause. Hau ab. Ja, der Tyrannosaurus rex. Ja, der Tyrannosaurus rex. Ich will alles, was ich bewege. Und du hast kleine Stimme. Ich war gespannt, echt. Ja. Aber dafür ne ganz große Fresse. So, wollen wir mal gucken. Die Nachtwache rückt aus, Junge, alter. US Army. Ach du Scheiße. Hier hab ich ja freies Feld. Schneeballschlag. Junge. Alter. Geile Map auf jeden Fall, ne. Ja, auf jeden Fall, ne. Was ist hier los? Also, ich meine. Da können wir noch ein bisschen kreativer sein. Ja, dort auf der Tech-Marker. Da müsste mal einer mit Fanglas beobachten. Und dann Richtung Südwest haben wir auch noch ein Waldstück. Ich muss aber sagen. Ich muss aber wirklich sagen. Die Details gefallen mir verdammt gut. Weil über das freie Feld kommen die bestimmt nicht so blöde sind die denn. Ich geh einfach mal auf der Tech-Marker und ziehe schon mal Stellung. Na ja, nicht zu weitem Punkt entfernen. Wir wollen eigentlich den Norden vor Punkt bewachen. Nicht, dass die sich einfach an uns vorbeischleicht. Ist doch eigentlich in Ordnung, oder? So halb. So halb. Setz mich hier in Busch und warte mal. Schönen Kackern. Schönen Kackern. Schönen Kackern. Was? Was? Hm. So sind ja welche unter 18? Ah, sorry. Weiß? Schönen Kackern. Was? 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 Was ist hier, wer unter 18? Fuck. Kann ich mir nicht vorstellen. Was machst du? Hör auf mich zu besteigen! Über dich drüber hopfen. Wir kriegen durch, MSP ist ein nördbestunden Ort. Das heißt, wir kriegen im Norden DGP von hinten kommen wollen. Wie immer die Schwurzeln. Alter! Alter, okay. Das ist ein bisschen zu viel, finde ich. Ich denke mal, die werden dort über Attack-Mode reingehen. Die werden streamen natürlich auch ein bisschen problematisch. Ach du, ich habe es nicht gesagt. Warte, warte, pscht. Dort kommt ein Fahrzeug, Attack-Marker östlich. Also bei der Kreuzung, auf die ich gerade schaue, hier im Osten beim Attack-Marker, ist jetzt ein Panzer 4. Meine Blickrichtung 100 Meter. Bei Mathela gleich sogar. Ja, du läufst hinterher. Oh, kann man die Pack hier nehmen? Ne, die ist zerstört. Zurück gelassen von den Amerikanern. Okay. Lass mal hier ein bisschen bleiben. Ich habe hier was im Urin. Weißt du was? Der Truck, der hier steht, ist der? Ne, ist auch ein Wrack. Ein Wrack Truck. Ah, du lernst, das ist gut. Ah, das tue ich. Nördlich von voll. Hier, äh. Anti-A-Batterie. Da hat die auch ne Vorbote. Oh, wir müssen weg. Ja, aber wenn wir ein bisschen zurückgehen, ja weiß nicht. Ach, ich bleib mal hier lieber. Nicht, dass wir uns hier von der Flanke rein ballern. Puh. Was kommt zu dir? T halt nix. Ist halt auch so diesig, ne? Ja, fern, Fahrzeug. Die Richtung. Ah, ne. Widerrufe. So, noch ist nix. Sorry. Welche Richtung? Naja, die Richtung. Richtig. Irgendwas muss da gewesen sein. Vorsichter Punkt. Arte-A-Batterie kommt runter. Ich sehe original. Nicht. Hm. Eigentlich ist der Spot hier super wichtig, glaub ich. Bei... Scharfschützer hast du Kontakt? Scharfschützer hast du Kontakt. Ja, wir haben in Foy, im Stadtseitrum, haben wir Feindkontakt. Copy. Okay. Das heißt, wir können uns schon mal auf Ost... Äh... Feindkontakt Richtung Ost vorreiten. Ja... Aber die da auch mal rüber. Zum Scharfschützen. Wir wollen nicht weit weg vom Punkt. Ich komm zu dir. Also ich bleib bei dir. Krieg so nix, wenn du da alleine hinläufst. Naja... Hat die rüber ne gute Pose für mich? Also sie ist halt nur auf dem Feld. Wo bist du denn? Moment. Also ich hänge grad so n bisschen komplett norden lassen. Warte, da brauchen wir noch ein bisschen was hier nötig zu sagen. Also ich hab jetzt eine Sandback-Stelle. Der Meister. Können wir das schaffen? Boah! Ich glaub hier ist ganz nice. Boah! Links hab ich gerade irgendeinen Blitz gesehen. Links! 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 F Christians! Fick, die haben mich halt runtergeholt. j고 Die niece. Ja nicht, Lukas. Ja, ist der. Du blutest? Ja. Kacke. Ich belebe dich mal wieder. Ich glaube, der muss sich irgendwie aufarzen, weil er ist vielleicht ausgeblutet. Maybe. Direkt einfach nach vorne gucken und nicht irgendwie heilen oder sowas. Wir kriegen einen Panzer rein. Oh. Der andere hat aufgegeben. Ich weiß nicht, ob das clear ist hier. So eine Leiche nicht gesehen. Weißt du das? Ja. Ja, hab ihn. Sehr gut. Ja, so ich direkt deinen Tag. Wir haben ihn, alles gut. Die läuft dann da rum, ne? Ja, das ist unser. So, okay. Lass er den nicht kommen hat sehen. Und wie sie sich jetzt so zahmen. Flak, Panzer. Flak, wach vor. Oh fuck. Meisterbeschluss auf uns. Ich glaube, der gilt uns, der Meisterbeschluss. Der Meisterbeschluss. Der Meisterbeschluss. Könnte der Pio sein, der jetzt gewechselt hat. Ja, da ist noch ein Feld. Hm. Oh, hab ich. Ich bin tot. Siehst du ja alles? Das scheiß, mein Bier. Aber die Deutschen sind einfach nur schwarz. Also, hab man die eigentlich von mir mal gerade angeguckt. Das ist das Haus des Zerstuckers. Wirklich. Ja, auch. Hätte ich jetzt nicht von dir gedacht. Ein bisschen mehr Anstand und so, ne? Ich weiß nicht, wie da was passiert. Soundkulisse ist eigentlich das Beste an dem Game. Absolut. Okay. Der kam nah. Dann kommen noch mehr. Meistens. Hier könnt ihr einmal abhauen. Spann fest mal fest. Hier im Süden ist auch einer geschoben. Ijeje. Nicht so wie ein Süden. Hinter dem Jagdkrieg ist jetzt nördlich, westlich, die Flak vorbei. Die Umfahrung. Bitte bei der Oren. West des Jagdkriegs wird die Flak fahren. Deine Beste, stopp. Nein, bei dir fährt sie links vorbei, westlich. Bitteschön, ein Pflasterchen. Was hast du gemacht, Lukas? Ich bin von der Mine reingetreten. Hilfe. Bäh. Da kommt die Fabrik zurück. Die kommen jetzt in den Westen rein. Ah, das ist schon. Das ist schon abgebaut, ja gut. Ich glaube, das ist ein bisschen dünn auf dem Punkt. Ich verlege da auch mal wieder einen Punkt rein. Ich sehe Panzer nördlich. Ich glaube, das ist... Fuck. Boah, ich bin jetzt durch den Nebel nicht. Ich bin weit entfernt. Ja, weit entfernt. Ja, moin. Okay. Ich habe so Antitank-Gewehrgranaten. Ich habe mir gerade überlegt, ob ich da noch ein bisschen wirke. Aber... Nee, nicht gegen Königstiger. Wie kann man das denn verwechseln? Äh, what the fuck? Yo. Der ging direkt auf mich. Der ging direkt auf mich. Versuch mal, die Richtung zu pushen. Ich habe hier ein Panzer. Wo genau jetzt? Was? Wo? Im... Oh, scheiße. König sind schon am Punkt, Leute. Ja, südöstlich. Ja, südöstlich. Hier, Defendmarker. Unbedingt zurückkommen. Ja, wir müssen auf jeden Fall jetzt... ...Punkt klären. Vorsicht, Sunny. Die Schienen hierhin. Deckung suchen. Hab ich. Panzer, glaube ich. Vorher nach oben sieben. Ja, da ist der Königstiger. Ich hasse diese Idioten, die Busch campen, Herr Pistil. Alter. Man muss es genauso machen. Das macht mich richtig aggressiv. Und du hüpfst von Busch zu Busch mit dem Messer. Boah. Ich gehe ab. Okay. What? Okay. Wir müssen in den Cap, ne? Der Cap ist fast durch. Toll, ich habe alles hier eingesmoggt, damit ich den wiederholen kann und werde dann weggeballert. What the fuck? Irgendwie nicht, ne? Ja, das ging viel zu schnell. Hast du sowas? Hm. Dann müssen die Worte. Hm, ist gerade neu gespawnt, warte, ich komme zu dir. Ja, ich gucke mal hier, ob ich die abfangen kann. Kommen wir bestimmt lang. Die haben weiße Helme, witzigerweise. Hab ich gerade eben gesehen. Oh, wir müssen uns irgendwie jetzt schnell voll bewegen, bevor sie uns da abgeschnitten haben. Die sind schon bei Bassoi. Haben wir eigentlich auch Panzer? Ja. Oh ja, ich so. Wie spannend hier. Mit dem Schnee. Okay, wir gehen direkt auf den Punkt drauf wieder. Die anderen Gruppen, weiß ich nicht, was die machen. Wir haben bis jetzt keine Rückmeldung. Ich glaube, du findest bei dir eher was. Ja, rechts von uns. Südöstlich. Ja. Mhm. Da ist nämlich gerade irgendwas durch die Büsche gehuscht. Ja, vor mir. Hab einen. Okay, Männer, dann verteidigen wir weiter im Norden und der Team. Ah, das bist du? Okay. Nicht, ja. Hier rüber. Hast du das? Hey, hoff, hoff. Nein, bei dir, bei dir, bei dir, bei dir, bei dir, bei dir. Der ist direkt vor dir. Oh ja, ist da noch sehr viel los? Cobra? Kreuzer? Ja, bei uns ist Feind. Ja, bei uns ist Feind. Nee, sollte ich erledigt haben. Noch einer. Oh, wir versuchen. Nein, da ist noch einer. Wir versuchen den. Ah, scheiße. Sollen wir da weiter nachschauen, oder? Ja, ich hab gedacht, ihr könnt den Logi-LKW retten irgendwie, aber... Hm, wo war der Plan? Nein, der Plan. Infanterie bei mir, Funker, habe ich ausgeschaltet. Ja, vorsichtbar, da kommt jetzt eine Bombe runter. Versucht euch weiter zu operieren da unten. Wir konzentrieren uns auf den Norden. Okay. Punkt 49. Das ist noch Rally. Meine Position, halbes Squad. Sniper. WTF? Warum ist der Rally da... Ah. Mann, ich Funker macht. ja jetzt ist natürlich die vorbeis die gierigen ah hinter uns ist das msp ist heiß msp ist heiß am süd liegt daran wenn man nicht mehr fahren kann ich holze jetzt einfach mal ich sehe nur im nebel diesen umriss von dem teil hinten raus hinter dem truck genau kannst du über rechts umlaufen der wirft granaten nach mir ich triggere ihn mal ein bisschen bitte der will sich verpissen über links habe ihn weg habe granaten geschmissen vor dem kam viel zu kurz ich bin einfach eine granate reingelaufen schaffst du es noch oder soll ich ja ich versuche dich gerade um hoch zu weinen ja gut wo ist denn das scheiß Ding da ja schön so bitteschön recken und strecken ist halt ein bisschen doof wenn du da halt direkt daneben stehst und so ne ich hab den gepusht ja ich ja auch aber granaten wäre gut wohl ansagen ja ja hab ich ja übrigens geile geile stroboskop effekte hier keine laser show was hä ja oh yo i see lol das war schon ein bisschen crazy ich glaube wir verlieren wieder den punkt wir müssen da schnell hin warum macht der auch kein rally ja gg bist du der rallye ist doch da hilfe ich bin maus gefangen hilfe ich bin maus gefangen gibts hier nur eine arm bei neuen karten nie durch häuser laufen ja ich dachte das ist ein durchgängiges haus mit der hintertür noch ja ach scheiße dann müssen wir auch ein bein in der hand nehmen äh da ist ein mg äh weiß nicht wo genau aber meine blickrichtung müsste es eigentlich direkt drauf zulaufen ich kann es nochmal triggern gleich äh ich versuch's warte ok wir versuchen da beim rallye punkt in 9 zu setzen vielleicht kommen wir da hin Achtung da muss gerade 2 sein es sind auch viele gegner teilweise das rennt hier rum ähm rechts von dir ich glaub du siehst das ne hoppen sehr gut uh was läuft alles rum ey nein keine Ahnung äh oh fuck ich boah ey ist noch eins ja was ist denn hier warum warum find ich alle mp oh scheiße noch einer mp wir haben ja im süden irgendwie äh vermehrt fettaktivität schon mindestens 4 getroffen da ist noch ne mp also der mg steht sich da irgendwo aufm boden und da ist da daneben ist noch irgendwo einer mit ne mp mann ja wir haben ja noch 42 mindestens hier mann ich sterb wieder ja also da ist ein mp und ein mg und noch mehr Ja, also die kommen jetzt auch von Süden Ja, der kriegt sich hin, Swarmfight zu machen Der Rallye-Punkt ist halt am Arsch der Welt, ne? Ich hab halt hier irgendwo irgendeine Position, wo ich mal auflegen könnte oder so was machen kann Also, ja Nur wieder rennen Ne, warte, warte, ich bring mal ein MSP Ah, MSP wird da Als ob wir jetzt latschen müssen Ein Panzer, den werd ich mal angehen Medic, ist bei dir noch ein Panzer? Ja, steht neben mir, den gewissen Baum Guck mal vorbei Ja, bin dir Na? Ja Erzählen die Erzählen die im Command-Shift, was sie denn fortsetzen? Ne, leider nicht Ja, weil ich Ich hab auch schon auf die Dringlichkeit hingewiesen Man guckt sich auf dem Map an, wo die mit den beiden Trucks unterwegs sind Also... Ich weiß auch nicht, was sie wollen Sauber Ja, ich setz nochmal einen auf den Motor Ja, ich setz nochmal einen auf den Motor Weg Das Ding fährt dann aber noch Das Ding fährt dann aber noch WTF Okay, ja, danke für nichts Echt Echt Also gut, die Gewehrgranaten sind halt nix Ja, ich kann da mit der Schippe draufhauen Mach das Oh, der steigt dann aus, glaub ich Ja, da vorne war einer Es war nicht... keiner von uns Ja, der ist tot, der ist tot Kannst du mich... Ich hab ihn, ich hab ihn, alles gut Weiter Könnt ihr mich heilen? Äh... Macht er, glaub ich, ne Oh, yo Panzer dreht, glaub ich Panzer dreht, Panzer dreht, Panzer dreht Panzer dreht Ich smoke den Ja, rüber, bitte, rüber Müsst er weg Oh, scheiße Hilfe Der dreht sich nach mir Jetzt zu euch Jetzt wieder zu euch Dein Furtzigs Bandal 1 Ja, ich hab noch einen Typen weggeballert, der da auf und zu gelaufen ist Ach so Okay Ja, das war halt scheiße Das war wirklich jemand Und dann hat der Panzer sich so gedacht, ey, yo Warum... Alter, ist das ein Gerät, Junge, ey, das sieht so geil aus War das überhaupt ein... Ich glaub, das war sogar ein Jagdpanta, kann das sein Ich glaub nämlich, dass... Äh, äh, äh... Ein Jagdtiger Ein Jagdtiger Ja Das ist gar kein Königsjäger Krass Cool Krass Cool Ja, ich bin so beeindruckt Boah, voll geil Ich bin größter Fan Dory Noni Oh Was? Siehst du auch den Fliegen-Typen? Ja Ich glaub, das ist wieder so ein Fahrer-Bug Der fährt gerade ein Fahrzeug oder so Ah, was macht man gegen Panzer? Ich weiß uns ja nicht Da fliegt ein Mann in 20 Metern Höhe Sie sitzen in der Position Ich hab irgendwie nicht so viel Das Gutscheider jetzt was hättchen wird Bitte was? Meinst du? No horny Bonk Lukas, das ging an dich Was? Von Henrik, du sollst nicht horny sein So Ich weiß gar nicht, was es heißt Also, was ist das, was ich gerade sage? Ich hab's schon mal ein paar Mal gehört Und ich hab's einfach gesagt Ich weiß gar nicht, was ich sage Ich rede einfach Dinge Ja, ich konzentriere Genau Das bin ich Jo, dann Müssen wir mal hier jetzt irgendwo Da vorne, das sieht doch jetzt vernünftig ausführen Wollte der Commander jetzt was auf die 95 oder wie? Auf die 95 oder wie? Einfach mal jetzt Archery auf den Punkt Ist ja nice Mann, entfeuerte ich echt gerne Bei mir sammeln Ja Eins Wollen wir da jetzt ein Rallye setzen? Hier kommt jetzt ein neue Rallye hin, ja Neue Rallye steht Also wir können's ja noch schaffen, theoretisch Also wir können's ja noch schaffen, theoretisch Dieser Wald hier Also den würde ich gerne halten Das ist quasi unsere letzte Verteidigungsliege Wirklich Ja, okay Letzte Verteidigungslinge Das Ganze vergessen Ja, die anderen Die versuchen das schon Ich weiß nicht Wollen wir es aber überhaupt probieren Ist aber schon neutral Ja, lass halt versuchen Aber strömt doch eh grad alle hin Ich wollte da eh mal kämpfen im Feuer Oh scheiße, da war noch einer Ich finde wir rennen da alle ziemlich euphorisch hin In den Tod An meiner Position sind welche oben im Gebäude Haben sie sich verschanzt Verschanzt? Wo bist du denn? Weiter 2 Achso, jo, okay Das juckt ja keinen Wir wollen erstmal den Punkt Diffen 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 Achso, Rampstadt oben raus Kept zurück Ich glaube das kann ich knicken mit dem Mit der Rettung Äh doch, warte, warte, warte Ich kurz zu dir Safe, ich rette dich Okay Wir wetten um Da ist mindestens noch einer Obwohl, da sind zwei da Einer hat den anderen hochgurt Gut gehört Ne, nicht gehört, ich habe es nur gesehen Man scheint von Westlein zu kommen Okay, Lukas, ich verfolge deinen Okay, mein Vorrotten Gucken wie viel Meter ich hier schaffe Ja Bist du gerade jetzt der kleine Punkt, der da außerhalb vom Gebäude gerade steht Auf eurer Fläche jetzt am Gebäude ist Ja, 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 ja Oh fuck, fuck, fuck Von mir sind zwei Deutsche Ne, ich muss wieder zurück Scheiße Nicht getroffen Okay Ähm, Sü- Ja, wir werden südlich flankiert Ich laufe jetzt weiter zu dir Kacke Noch einer hinterm Haus Ich komme nicht raus, ach, das ist Warte mal, ich mache jetzt eine Schieß einfach die Nadel von dem Haus Boah Ist die gerade Ist gerade actioniert Ich komme noch durch zu dir Ich laufe jetzt gleich wirklich durch Und dann baller ich alles rechts und links weg So Äh Das hier nochmal nachladen Und danach Fuck, einer ist im Haus dran hier Ich komme noch nicht mal aus dem Haus raus, ey Also meine Position ist viel Feind So, eins Hinter mir ist ne Funka, egal Wir laufen einfach durch Durch Go, 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 go Bitte Mission Impossible Sound einblenden Danke Tim, 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 Tim Ich habe es noch Gib mir noch mehr Adrenalin Hrrr Er schafft es halt echt Wo bist du denn eigentlich? Oben in ein anderes Haus Gegenüberliegend Oh fuck Ja genau das Da oben drinnen, direkt Oben Alter, ich bin so auf Spannung gerade Hä? Oben, er ist ja da Oh da Ich bin in den Fall gelaufen Ich hab ihn Das war der absolute Marathon Ja Alles klar War zu schock Und ich hab mich bis hierher gekepft, ich Idiot Hä? Ich hab genau das gleiche gemacht, auf dem Zu Ehrenbrüder Dafür gibt es jetzt einen Bonus Ich hab dabei halt Ich hab dabei halt Fünf oder sechs Feinde umgebracht Die sind alle über den Süden gelaufen Also über Vier Und weiter östlich Vier und weiter östlich Vier und weiter östlich kommen die Jawohl Jawohl Ich wirke jetzt auch in die Richtung Ich wirke jetzt auch in die Richtung Alles Hulal Okay, jetzt musst du uns retten Jetzt musst du uns retten Er ist unten, 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 unten Go get him, Alex Also unter dir ist einer, ne? Ähm Hä? Ich hab's doch gesagt, Alex Ja Draußen waren auch welche Ich wollte noch eine Granate rausschmeißen Okay Ich find das geil, dass der auch zu dir gepusht ist Das war echt ein geiler Run gerade Ja Obala Möller passiert Ich starte in der Fop östlich Fop östlich Da kann man, glaub ich, die jetzt ganz nice flankieren Weil die sind da wirklich Hast du ja gesehen, wo ich lang gelaufen bin Da war so eine Menge Mh Warte, wie viel Holz liegt hier denn rum? Mann, ey Ist aber nicht sehr naturfreundlich Auf die Granate wurden auch fallen gelassen Vorsicht, Männer Süd kommen Feinde rein Unser Funker ist hier gerade an der Straße gestorben Die scheint mir jetzt rein zu kommen Mh 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 Alles ruhig, Cap nicht. Naja, ruhig ist was anderes, aber es wird zumindest nicht gecappt. Lecker fällt mir. Hier ist irgendwie nix. Also südlich der Straße nach Osten war nix. Die kommen gerade in die Straße eingefahren. Ja, ich guck mal was für ein Panzer das ist. Hast du noch Morphium? Habe ich, bitte. Ich liebe Morphium. Herrlich. Danke. Kriegst du noch ein Pflästerchen? Ja. Mann, lauf doch bitte! Die sind noch in Schuss. In dem Gebäude. Ja, ja. Ich merk's dir gerade. Oh, fuck. Ich glaub, ich krieg's noch auf. Wow. Unter euch, unter euch. Kommt gleich hoch. Einer kommt hoch. Dann sind überhaupt noch jemand in diesem Gebäude. Alle tot. Joa. Das war jetzt schnell. Was ein Service hier. Es ist ein Megaservice. Oh, Achtung. Nächster Service. Oh, fuck. Ja, bräuchte ich. Oh, fuck it, ey. Oh, fuck it, ey. Großes Rob-Aim. Also, die Scheuneinfatter. Check. Hab ich. Ich glaub, das wird ne gute Runde für dich. Hier fällt gerade ein Tiger Richtung Süd ab. Mit meiner Position. Südlich von... ...Bassfoy. Ja. Wird schon gejagt. Irgendwie klitzert du. Das ist bei dir so komisch mit der Sonne. Das ist irgendwie seltsam. Vorsicht, er ist direkt links. Hey, macht's super. Oder habt's super gemacht. Oh, nein. Was? Ich glaube, unser Funker kommt von Nord-Ost. Vielleicht kannst du irgendwie mit dir was machen. Oder mit dem anderen Funker Nord. Funker Nord. Scheiße, da waren es zwei. Du kannst ja spawnen als AT. Nein, du hast nördlich von dir einen Funker. Aber du hast ne falsche Richtung. Bro! Was macht er denn? Wollt man einen Sonnenbund? Der will gar keinen Relay setzen, Junge. Junge, Junge, Junge. Was macht der Squadlet denn? Wir müssen mal versuchen, Punkt 27 zu sichern. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Bin ich ganz early. Wir müssten spawnen, wir haben keinen Spawnpunkt. Also du bist gerade an nem Funker vorbeigerannt? Ja, hier kann ich können setzen. Du kannst ja aus dem Cap mit dem Funker raussetzen. Südlich von dir ist auch der Spawnpunkt von 4. Ah, er hat ihn sich mitgenommen. Okay. Sehr gut, sehr gut, danke. Rally steht. Schon sind 8 von mehr Wochen. Danke dir. Bitte. So, denk dran, wir haben im Süden immer noch nen Feindpanz. Ich hab die Basooka nicht auswählen können, warum auch immer. Alter. Let's stay. Okay, dann hol's jetzt mit dem AT-Zeug da drauf. Und über Punkt 27 wurde was gemeldet. Vorsicht. Ja, moin. Ich gebe hier schon nen Headshot. Okay, das juckt den nicht, wenn ich dem Headshot gebe. Finde ich auch gut. ja der ist sauer oh der nord kommt hier wir werden hier gerade dort kommt der squad plus jagdpanther so viel besser jetzt wollte ich jetzt mal nicht ich setze das msp mal ein bisschen das hier im osten das ist kaputt das muss man repariert werden meine güte aber ohne witz die man das angriff läuft von denen echt gut aber immerhin kam eine marcia aufgeballert das war ganz gut aber wenn dann schafft es vier noch aber ich fand es alles spät was ist denn hier los nicht sterben nicht sterben nicht sterben nicht sterben nicht sterben ja kann ich gleich übernehmen wenn ich gestorben bin der punkt ist eh wieder weg wir können hier schon noch auf die nächsten gehen naja das ist erledigt der punkt ist sowieso und wir gehen direkt auf die weg warte fack wir nehmen uns der msp hier mit äh wo soll ich mich verstellen nördlich oder keine ahnung äh sind wir nördlich ja im moment ist schick zu flaschen du stellst uns am besten bei einer 49 da am besten hinter dem hügel irgendwo versteckst du ja check ich weiß du da über die kurz die hälfte flage ja da bin ich ich werde mir besser zu sagen ja irgendwie überlebt er die ganze zeit ne Das bouncet einfach alles an dem Panzer. Das bouncet alles, ne, ich hatte es vergessen. Ich höre es die ganze Zeit. Was ist eigentlich mit Panzersquats, warum fahren wir nicht eine Runde Panzer? Wollen wir mal machen? Ja, warum nicht? Lass uns mal vom Jagdtiger abgeschlachtet werden. Ich habe zwar keine Ahnung vom Panzerfahren, ne, das ist eine ganz neue Ära jetzt. Der Tiger fährt hier keine 2 Meter weg von der Straße. Komm mal rein hier. Bin drin. Okay, also, wie war das noch gleich? Man muss jetzt in so einem Pumpe gehen. Ja, und da war es dann spawnen, da hinten, hier. Hier irgendwas. Heavy Armor, sowas zum Beispiel. Ah, jetzt kann ich gucken. Findsport ist nicht... Ach da, die Großen da. Nein, das ist nicht. Ähm, wo ich stehe. Was nehmen wir denn? Stuart? Greyhound? Einen Sherman Easy 8 kann man nehmen. Nehmen wir den. Jo. Warum nicht ne Wolverine? Junge, jetzt haben die einen ges... Ihr kleines Ratten, ey. Das war mein Spot. Das war mein Spot. Ey. Ja, war den anderen. Du bist ein Spass. Du bist ein Spass. Du bist ein Spass. Spass. Wolverine. Genau. Hey Jungs. Heiß dich zusammen. Hey. Was geht das? Was geht das? Ich kann nicht einsteigen. Geil. Aber ich muss ja glaube ich... Muss ich irgendwie hochgehen? Kann das sein? Dann muss ich irgendwie auf die Luke... Irgendwie to enter a tank hochklappen. Ja. Ah ja. Enter as Commander. Gunner. Ja und jetzt? Klick. Es geht nicht. Enter as Gunner. Enter as... What the fuck? Ich bin grade dezent abgehoben. Ja. Ich bin auch neben dem Panzer gelandet. Ich bin einfach einmal leidig grad da oben. Ah. Enter as Gunner. Ich tu reinsteigen. Ok. Ich bin Gunner jetzt. Kannst du fahren? Enter as Commander. Ja. Ok. Fahrer fahren sie... Wie kann ich als Commander einsteigen? Ich glaube ganz vorne. Ganz vorne. Achso mit F. Ach du Scheiße ey. Wir fahren jetzt ne Wolverine. Ja alles klar. So wir brauchen Panzerangaben. Wir sind neuer Panzer. Wir regeln jetzt alles. Ne jetzt bin ich Gunner. Wie komm ich jetzt auf die 1? Wir sind super. Wir sind richtig... Wir sind richtig... Ich hab das grad in Command Chat reingeballert. Ja na klar. Da ist es einfach. Und der Crusader der andere Panzerfahrer meinte aber so. Schön wärs. Jetzt entert sie. So. Fahr doch. Ja warte hier. Ich will die Olga mal ein bisschen hochheizen hier. Es ist gut ey. Was muss ich machen? Ich will Gas geben aber es geht nicht. E. E. Musst du erstmal den Motor einschalten. Der Motor ist doch an. Ja. Gangschaltung oder so ein Kack. Ich weiß nicht. Es geht nicht. Ja ey. Wie kann ich einen Gang hochschalten? Ich bin der Bärlauch. 1, 2, 3 oder sowas. Ne. Das ist falsch. Du musst den scheiß Gang schalten. Ey. Ich will doch einen Gang schalten. Sagen wir doch wie ich die Gangschaltung rein kriege. Lass mich. Pass auf. Lass mich fahren. Ne nix da. Ich will jetzt die Gangschaltung rein kriegen. Wolle aber möglich sein hier. Wir haben einfach schon den letzten Punkt verloren. Warte. Ich. Ich krieg das hin. Ich krieg das hin. Ich krieg. Ne. Das ist reingehen. Ja wir kommen gleich. Ich hab noch Startprobleme Leute. Wartet kurz. Ich krieg den. Scheiße. Wir krieg den Gang rein. Ich krieg den Gang rein. Ok. Ich hab den anderen. Ich hab den Gang rein gezogen. Wie kann man denn den Motor starten? Äh den Gang rein machen? Ne Gang rein. Danke dir. Und? Kuh. Drück mal Kuh. Fuck ey. Das war. Ja wir hatten's fast. Scheiße. Ich bin grad dabei die Wände einzuleiten. Ey Starni grad da fast gestraft. Was müssen wir da spawnen? Und jetzt geht's los. Wie kriegen wir die. Wie kriegen wir den Gang rein? Ja. Das ist so dumm einfacher. Ja. Ich muss den einstellen gucken. Meinte er so. Ok. 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 Was meinst du? Panzerorgie Junge. Oh Gott. Ja aber es gibt das. Mach mal Leaf. Ja hab ich. Panzergruppen. Ich mach schon eine auf. Oh den. Aber man kann nur eine aufmachen. Oh nein. Das ist so ein Ding. Ja das ist anscheinend so ein Ding. Oder? Ja. Oder ich geh kurz. Ah wenn wir rüber gehen. Defenden wir halt nicht mehr. Ja gut dann müssen wir Infanterie spielen. Oder wir bauen ein bisschen. Bist du jetzt bei der SS Panzer oder bist du bei der Airborne? Bei. Ach warte du kannst nicht wieder rüber. Dann geh ich auch mit rüber. Vielleicht können wir noch da was aufmachen. Ne wobei. Ach es wär gut eigentlich wenn du rüber kommst. Aber du brauchst halt jetzt 8 Minuten. Deswegen einfach so rüber switchen ist halt nicht. Ja. Oh geil. Ok. Ich bin deine Armut in bisschen bei denen. Komm. Ich wurde rausgeschmissen. Bei denen. Ich geh wieder rein zu denen. Ach komm. Na gut dann muss ich jetzt bei denen mal rein. Was musst du machen ne? Was? Ja lief. Du bist bei Airborne? Äh lief. Klasse. Da kann man aber auch keinen aufmachen ne? Die Airborne muss angreifen. Ähm. Ne 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 komm besser wieder rüber. Ja kann ich ja nicht. Muss noch 160 Sekunden warten. Ja den wartest du dir halt. Geht ja eh nicht direkt los. Ah. Wir müssen noch mal wenigstens ein Spiel finden. Hier ist auch. Oh my god. Crusader ist hier sogar drin. Warte 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 warte. Ich hab uns äh. Reservieren. Moin. Der andere Kollege der nicht Kuh drücken könnte. Der kommt auch gleich. Kannst du ein bisschen was beibringen. Ich hab Kuh gedrückt. Also Bock. Ne ich mein. Ich hab C. Ich hab nur verstanden ich hab C. Achso A. Ja das hat gefehlt. Ja gut der hat ein junger Humor ist gut. Ähm komm einfach rüber und join den Panzersport. Im Panzersport? Im deutschen oder wie? Ja im deutschen. Genau. Ich steig mal ein. Musst'n halt irgendwie nachkommen. Ist doch geil oder? 100 Sekunden Alter. So. Sag mal was. Was fahren wir denn heute? Warte mal. Geil. Kann ich hier wieder aus meinem. Ich hab Katze. Du bist übrigens immer ein bisschen am Ende abgehackt. Äh wie kann man nochmal einsteigen. Was soll ich machen überhaupt? 80 Sekunden. Das können wir auch noch warten. So. Aber 16 gegen 20 Spieler ist halt schon doof ne? Hallo. Oh ja das fühlt sich bestimmt noch auf. 17 gegen 20. Joa. Gut. Langsam. Also schießen kann ich schon. Aber. Aber ich muss fahren ne? Eigentlich. Nitroschnitzel. Wie kann ich jetzt im Panzer umsteigen? Geht das? Aber es geht nicht mehr. Hab ich die. Ich hab die Befürchtung. Es geht nicht mehr. F1 oder was? F1 oder was? F1. Leck mich am. 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 Backen. Ja. Wow. Ja wenn du nicht spielst. Dann kurz. Also. 13 Sekunden. Jaja der ist jetzt dummerweise rübergegangen und jetzt kommt er nicht mehr rüber. 2 Sekunden. Und die Teams sind unbalanciert. Am Arsch. Kommt doch noch ein paar Leute auf. Kommt doch noch ein paar auf die Airborne. 13. 13. Ich glaub das wird eh nix mehr wegen unbalanced. Ja wir haben 13 gegen 19. Gerade mit dem gesprochen. Ja keine Ahnung. Welcher? Ich bin halt hier im Trupp. Da passiert gar nichts. Kommunikationstechnisch. Warte mal kurz. Ja ja. No man's. Aha. Ja dann sollen wir da rüber gehen. Dann sag ich dem Kollegen auch Bescheid. Dann haben wir ja schon mal drei. Geil. Ich nehm das mal als ein Ja an. Auch wenn nix durchkommt. Oh geil. Ja. Ja also wir könnten halt zusammen rüber gehen. Ja. Ich könnte hier ne Armut aufmachen aber irgendwie ist sie gerade. 3 Sekunden wahrscheinlich. 3 Sekunden wahrscheinlich. Dann geht's. Warte mal. Warte mal. Du kannst eh nicht. Ne kann ich auch nicht. Okay. Okay dann treffen wir uns da. Ähm. Ja der meinte der geht dann rüber. Auf den anderen Server. Geh mal auf Nomads Server. Das ist ein anderer Server. What's the fuck. Okay. Ja. Also halt von den Server runter und. Dann auf Nomaden. Das ist sogar gerade vorher am Laufen. Da würde der wohl jetzt auch hingehen. Und wenn er da nicht ist dann würde er zur. Förster L glaube ich gehen. Nomad. Nomads Community. The Long Road. Meinst du den? Warte. 78 Spiele drauf glaube ich. Ja. Ja. Long Road genau. Schöne Musik eigentlich ne. Ja. Was eigentlich mit dem OP Market Garden. Da haben wir da auch Ewigkeiten drauf gespielt. Weiß nicht. Ich sehe nur. Da sind nur 7 von 80 drauf. Das ist irgendwie halt auch doof. Mal fühlt sich so. Mal fühlt sich der eine mal der andere. Also das ist mal so mal so. Ich bin gerade Position 4 von 8. 6. Super. Oh super. 2 von 7. Ich rücke nach vorne. Ja. Ja. Geht gleich weiter. Problem ist halt. Der andere war irgendwie sehr. Ja. Da haben wir Lust gehabt. Da waren nur noch 30 Leute drauf. Mit uns. Geht noch. Aber ist dann halt auch irgendwie doof. Ja. 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 один mal 10 mal 30. Und das ist immer noch scheiße laut. Das kannst du dir nicht vorstellen. was wie wahrscheinlich ist es dass wir im platz nach vorne rücken bist doch schon wieder also wenn die map zu ende ist dann kommen auf jeden fall rein kann man sehen wie viel die wie lange die schon spielen ich jetzt noch youtube-videos ach super cool das natürlich toll für mich weil ich ja auch youtube-videos gucken kann nebenbei ja kannst du die leute unterhalten ich finde gut dass du da auch an mich denkst weil ich könnte ja streamen über discord du willst mir über discord wie du wie du wie du in youtube-videos guckst ich hatte die ganze zeit den stream an sagt doch was deswegen hatte ich so lex hast du so beschissen das internet oder was deswegen habe ich schlecht gespielt jetzt verstehe das doch sonst hätten wir alles gewonnen nur weil du in den stream hintergrund offen hast ich hatte es mal einiges bei der post gibt vor skript und den gesamten pc in beschlag und dann klappt es immer noch nicht ja das kann jetzt sein dass es ein bisschen dauert so ja drei von sechs ne platzteil von sechs ja fünf von sechs ja keine ahnung wollen wir in der zeit irgendwas anderes machen oder generell das game switchen weiß ich nicht kann man der runden der zeit eine runde warships machen weiß ich nicht glaube nicht ich meine ich werde es auch für warships angetan um ehrlich zu sein weil post kriptum ist ja recht langwierig und hier noch mal panzer fahren halt ich ja eigentlich auch dann saß das noch sagen in fünf minuten nicht drauf bist dann ja das wäre dann in zehn bevor genau ja machen wir so ist ein deal fünf minuten und dann game wechsel ja und ansonsten schönes wetter heute gehabt ich bin übel nass geworden wollte noch draußen was machen für gefühlte fünf bis zehn minuten mehr zeit hätte ich nicht gebraucht kaum war ich draußen hat alles vorbereitet eine riesige wasserfront die einfach runter kam vor allem die musik ist auch so laut dass man sich nicht vernünftig unterhalten kann das ist das problem ich könnte jetzt leiser stellen ich könnte jetzt zum beispiel bei euch sagen in die wenn es ruhe aber dann habe ich die scheiße ja noch auf dem ohr zwei von fünf ich rücke nach vorne du könntest beispielsweise den chat lesen und antworten nein henrik das würde ich nie tun das verbitte ich mir auch tatsächlich also dass das da arbeite ich aktiv dran dass ich das nie machen kann und nie machen werde das ist mir wichtig das ist wirklich absolut wichtig dass ich nicht auf den chat eingehe ich meine wo kommen wir denn da hin wo sind wir denn auf twitch oder was oh eins position eins von vier ich glaube die götter sind dir join in game die götter sind dir wohlgesonnen also ich bin truff watch on the rain chapter four geilo ich bin auch doof weißt du anstatt dass ich mein headset nehme was ich habe mit dem mikrofon dran nehme ich mein standmikro hier was ich für das mp sonst nab das ist nicht ganz so praktisch weil da habe ich halt die tastatur halb verdeckt aber du bist drauf ja die frage ist auf welcher seite gehen wir weiß nicht ob wir das so und so picken also und so also ne so vogel und so vogel aussuchen können die armoured ich kreate mal eine ich bin bei der bei der bei der airborn wo bist du gerade platztechnisch wie lang ist denn das geht das schon match ok das tut noch was dauern gucken auf der anderen seite ob da crusader ist also nur in top über top ok 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 Nee, den tue ich nicht. Also ich bin auf 1, dann würde ich mal gucken, auf welcher Seite ich komme und ob ich rüberkommen kann. Könnte noch so lange warten. Hast du schon gewechselt, die Seite? Ich bin schon bei den Amis, ja. Nein, ob du schon gewechselt hast. In die Seite gewechselt? Wenn du die Seite gewechselt hast. Auf welche denn? Ob du eben auf der deutschen Seite warst und jetzt amerikanisch in der Seite gechanged ist. Nein, nein, nein. Warum sollte ich? Ich durfte ja direkt fliegen. Hast du eben auch einfach so gemacht? Easy 8. Was können wir denn hier noch schönes nehmen? Wir haben nur den Heavy, haben wir nur den Easy 8. Ja, schon krass, ne? Dafür, dass da ein Jagdtiger kommt. Irgendwie schon, ja. Aber gut, das war dann halt damals auch so, ne? Was wollen wir denn nehmen? Bei so einem Jackson hätten sie den schon reinpacken können. Ja, gut, wir können auch einen Wolverine einfach nehmen, wo gut ist. Oder die Hellcat. Jetzt warte erstmal, bevor du da irgendwas spawnst, ob ich überhaupt darüber komme. Das wäre schon geil. Komm, einer muss raus. Die reden alle Englisch, ne? Ja, I see, my friend. Ich mach mich mal ganz kurz mit der Steuerung vertraut. Mal ohne Scheiß. Macht's. So. Enter as driver. So. Jetzt läuft das Ding. Ja, und jetzt? Coo. Ich bin drauf. Kuh, Junge. Nicht Kuh. Bist du jetzt endlich mal drauf? Ja, ich guck mal drauf. Trial driver. Be my driver. Das würde ich doch machen. What the fuck? Wie viele sind denn da? Komm ja niemals rein. Keine Ahnung. I'm gun. Loading. Okay, ich bin sogar Airborne, geil. Bin im Squad. Hallo? Ja. Ja, ja. Kick den Rest. Mein Spaß. Ähm. So, wo mach ich hin? Ich sag nicht, dass es nur Scheiß-MG sein kann. Das ist ein Kack. Stopp. Pick up. Du kreuzer. Oh fuck. Der Panzer vorbeigelaufen. Also was kann ich denn noch einsteigen überhaupt? Äh, als mein Commander. Oder du bist mein, warte mal. Du kannst auch der Gunner sein, dann bin ich der Commander. Ja, okay. Ja, ja, ich mach schon. Jetzt. Was ist der Plan? Ich übersetze für dich, okay? Ja. What was the plan heißt, was war der Plan? Ah, wait a second. So, wo wollen wir hin? Wir wollen... Ja, ich muss ein bisschen hören auf den Funk, was, ob da Panzer angesagt sind. Ja, ich hab die ganze Zeit den Commander experience. Ja, wir könnten mal auf die rechte Seite fahren. Wir liegen halt Minen, oder? Ja, genau auf 62 liegen einfach ein Minen, oder? Ja, ja, du sagst, du sollst auf 2 und 6. Wir müssen ja erstmal an die Fronten kommen, zäh. Alter, Alter, what the fuck. Warte mal, warte mal, warte mal, es liegt an mir, ob wir überleben oder nicht. Das ist kacke, oder? Ja. Ah, nee, ich bin nur im MG, Junge. Wie, du bist nur im MG? Weil ich bin ins falsche Angegen. Och, Lukas. So, ich finde, ich kann aber im Panzer umsteigen. Alles gut, jetzt bin ich am Gerät, Digga. Wie kann man denn umsteigen? Der Gerät, äh, F-Tasten, die F1, F2, F3. Also F3 zum Beispiel, kannst du jetzt ins Auxial-MG. Ah, jetzt ist F4 wieder auf Command, aber bleib auf Command, das ist eigentlich das Wichtigste. Weil es Infanterie um uns herum ist. Ah, ich hab hier auch einen Cal. Okay, dann war mein. Oh, sorry, bruh. Help. Man kann nicht auch an die anderen, an die anderen Luken drangehen, weil... Lukas, kann ich auch an die anderen Luken drangehen, weil ich kann mich jetzt hier umschauen, aber... Nee, also ich hab ja auch einen, nee, äh, ich hab ne Luke, genau. Ja, ich kann nur nach vorne an hier gehen. Das ist irgendwie doof. Ja, das müsste eigentlich auch noch andersrum gehen. Gucken, irgendwie mit der Maus zu spielen und halt, wie du das D-Tasten, ich weiß nicht. Ja, aber ich bin genau in der Position. Ja, genau, da ist auch noch was. Ja, wenn ich hier dran bin, rausgucken kann. Ja, guck mal in Einstellungen lieber nach. Bin auch jetzt nicht so bewandert. Oh, Panzerhalt. Das heißt, verzeihen. Nee, verzeihen. Was? Was hat er gesagt? Dass der Dude endlich einsteigen soll, der kleine Piz. Der ist jetzt unser Auxial-Schützer. Komm inside, we have Cookies. Ah, hab ich gar nicht. Alter, ich will auch Cookies. Mann. Keksehunger. Wie kann ich nochmal genau erzielen? Hat er gerade gefragt, ob wir vor den, äh, zum Tank gehen? Ja, rechts von uns ist wohl halt irgendwas. Ja, ich weiß aber nicht, wie man... Okay, kacke, das ist ganz, ganz blöd. Wir gehen vor den Tank. Warte mal, ich will mal hier... Oh, Q. Q ist rausgucken. Easy going. Ey, ich muss doch hier irgendwie genauer gucken können. Warte mal, ich... Warte mal, ich... Ich muss doch hier irgendwie genauer gucken können. Ich muss doch hier irgendwie genauer gucken können. Warte mal, ich muss doch hier sagen, ich muss doch mal gucken können. Ich muss doch mal gucken können. Also, mein erstes als Kommander. Also, mein erstes als Kommander. F*** ich, Mann. F*** ich, Mann. Du musst jetzt mal langsam zuhören, was dann die Jungs sagen. Ich versteh die kaum, das ist sehr leise, beziehungsweise hier draußen ist es sehr laut. Dämmlich, Menschen wegen dir. WTF? In front of us, an enemies? Auf der rechten Seite, ja ich kann nicht drauf aimen, weil der... Die auch noch weit, ne? Ja, nice. Als ob der den Gunner jetzt rausgeschossen hat. Enemies, 4 o'clock. Wie kann man denn den Gunner rausschießen? Äh, I think you killed him. Übrigens, Alex, genau auf sowas musst du achten, dass Leute rechts und links sind. Und uns. Da hab ich jetzt halt. Ich komme, Alter. Ich werde das Fahrzeug verlassen und versuchen zu reparieren. Lol. Ja, ich werde rausgehen. Nicht sicher, außerhalb. Ich... Ich... Kann es aber sein, dass bei uns ein Feuer ausbricht. Man hat halt diesen Feuerlöscher. Okay, you turn it. Their mind is. Fog und noch aufpassen. Watch. Ja, ich werde auf die 6. Wir müssen mehr Leute auf der Rechten auf zu machen. Before sie blinden. Der vor. Wir werden nicht auf den Kass. Oh, sorry. W-Wir sind sie denn der? Ich habe ihn Pumpen 15. Die ist nicht mit dem Kass. hier ist einfach ein deutscher in der nähe hier ist einfach ein deutscher beim spawn ich krieg ein anfall malik an die amerika malik alter regt bei uns am scheiß von ich bin über den drüber gesprungen ich könnte kotzen wo gehst du jetzt eigentlich war schon wieder hin ja eigentlich zu unserem panzer aber das hat sich jetzt ist jetzt geschichte hey wieso kann sich einfach panzer aufgeben ach nee wann mal der ist ja noch da ich hab den gar nicht gesehen vor der enemy ohne scheiß ich wollte jetzt gerade zum anderen panzer gegen gehen der ist auf deiner seite der straße an der rechts genau vom panzer genau auf der mauer liegt ja im hinteren alter was ist mit solchen und er liegt immer noch genau da wo ich gesagt habe wutdaf wutdaf in der tank und ich glaube wenn du da bist die ich glaube ich habe es ist etwas es ist 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 Oh Mann, jetzt kann man nirgends los spawnen. Ist das ätzend. Ja, wir haben einen, wir haben einen Kommt. Wie kann man denn eigentlich Punkte setzen? Rechtsklick auf die Enter Map. Ach, von der Seite. Just go, just go, just go. Try to ignore it. Push back, push back. Ähm, ja, dann können sie das vielleicht nicht. Ich glaube, es gibt so'n Bug. Never mind, I'm gone! Never mind, I'm gone! Der schon wieder. Hey! Drive Forrest, drive! Ich glaube, das kennen die nicht so. Jetzt hat er das MSP in Sand gesetzt. Alter, ist der dumm. Jetzt muss ich von hier unten loslatschen. Oh, Alter. Das ist aber auch echt ganz schlimm hier. Arbeit. Armouris Cmon. Move, verdammt der Glas zuanızern. Oh, Alter! Das ist der Dish. No 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 no. Armouris Cmon gak anders auch noch finden wo ja. Oh. Das ist der Dish. Oh. Soll ich außerhalb und resettere unser Wecker? Nein. Oh, ich habe das. Ein torches Infanterie. Ich würde jetzt nicht aufsteigen. Oh Gott. Oh Gott. Kann ich mit dir kommen? Gut, dann nicht. Oh Gott. Lowly. Ja, ich bin so lowly. Enemy at the building at 6 o'clock. Warte mal, building at 6 o'clock? Das müsste mein Gebäude sein. Wo ich gerade bin, oder? Ja, vielleicht. Aber der Schütze zieht einfach in eine komplett andere Richtung. Ja, schon klar. Macaul, turn us around. He is... He is right behind us. Ruten genau im Haus. Ja, ich habe gerade die Orientierung verloren. Im Haupt? War das im Haupt? Oh ja, okay, ich weiß wo. Warte. Ich glaube, es geht nicht weiter so lange im Gute. Aber ich. Oh ja, ich habe es jetzt. 1 o'clock? Kann ich eigentlich ranlaufen ist die Frage? Kann ich eigentlich ranlaufen? ist die Frage? Oh mein Gott, das ist keine gute Idee. Der Beschuss, ne? Warte, ich smoke mal vor euch, vielleicht kann ich dann einsteigen. Ich will smoke in front of you, maybe I can get in. Ja, das macht einen Curry hier. Okay, ich fülle. Okay, ich fülle. Der ist weg, der ist weg! Ich fülle, dass du hier? Warte, 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 warte! Dudes! Ich bin hinter mir. Okay, der bleibt. Oh, ich hasse es. Die kommen halt immer aus dem Nichts. Ich hasse Panzerfahrer. Ich weiß, warum ich das mache. Ich weiß absolut, warum sie das nicht machen. Du kommst halt nicht mit diesem Dreckspanzer rein, wenn du dich einfach komplett zurückgezogen hast. Enemy three o'clock and behind us. Oh fuck, wir drinnen. Loll, da kommt grad übel die Fahrzeug... Dings. Hast du ne M1s gerannt? Nee, ne M3 Rhys. Dacht schon. Ich find's krass, dass der wirklich brennt. Ey, ohne Witz, das ist als Commander mega stressig. Also sich da umzugucken und die ganze Zeit dreht sich der Turm wie bekloppt. Ja. Ähm. Ah. Ich bin doof, alter. Ich bin doof, alter. Auf蛇. 3. 5. 5. Don't do it, don't do it, don't go into this base. Lukas, hast du da mit nem Feuerwehrschuld gegen's? Ne, das bin ich nicht. Aber wollte ich mal angucken. Natürlich kann ich die Waffen nicht benutzen in meiner... Geil. Ja, sag an. Okay. Ich soll das Ding jetzt fahren. Ja, alter Witzker. Do you know how to drive? Northside? I don't know. Okay, we got gear. It's not just that. You have to switch gear. It's cover around the Northside. You can choose the power... Of the engine. Okay, let me drive, let me drive. Yes, we're in a bit of troubles. We can recap. We got 74 meters, cameras. Try to bring us to the move fast marker. Man, die will mal ein Panzergefecht haben. Das ist halt echt hauptsächlich gegen Infanterie, ne? Ja, wir... Das Problem ist, ich habe hier gar nicht so eine gute Vision. Meine Vision geht nur nach vorne. Ausschließlich. Was sind wir bitte jetzt für ein Panzer, dass wir so schnell sind. Wir sind übel schnell, ne? Für ein Panzer. Was sind wir für ein Panzer? Ich dachte, das wäre ein Easy-Aid oder was. Das ist ein normaler Schirm. So. Junge, der fällt dir einfach... Der fällt dir richtig gut. Mhm. Ähm... Wie hält der das Fernglas? Ja, vielleicht ist das so ein... ... Klein Stecher, der da einfach so hängt, weißt du, so. Ja, ja. Bestimmt. Bestimmt ist es das. Boah, das ist einfach nicht. So ein bisschen wie U-Boot fahren, glaube ich. Es fehlt jahrelang nix. Genau. Ich weiß nicht. Panta-Around. Hier bei Panta-Core. In der Chat. Also, auf I-88 heißt... Junge, der ist fast in Bosnia. Äh... Ja, der ist vor uns, irgendwie. Driver, stop. In front of us. Ja, in front of us, äh... The, uh... Hunt tank. I don't see. On our left. ... Hat er geschossen? Genau. Was passiert hier? Hier auch zu gucken. Hallo? North Close Point. Ja, und sonst so. Die Panzer fallen mir noch so geil. Scheiße. Scheiße. Ehhh... Höhöhööööö. Huhuhuhuah. We want to map? Yeah, you can move. This tank is close range. Yup, of course. Find it cool if they are just on the left side. We'll try to cover our left side. Uh, I think the tank is on the left side. So, jetzt heißen wir uns den Reststuhlchen weg, du lach. U.S.D. Infanterie. Aber Auxial-MG ist so scheiße, weil sich das kaum drehen, ne? Of course. Of course. Da fährt doch irgendwas. Das ist unser Panzer. Okay, das ist ein... Stopp. Okay, ich kann sehen... Wir haben ein Tank. Ich kann nicht sehen, dass es jemand ist. Ich kann ihn hören. In front of us. There are some defenses up. An M.G. Right there on the road. Ja, kink du mal erst mit dem scheiß Panzer. Was kink du? An enemy Klaffer. Ich bin so... Man, ich fühle mich nicht so freundlich. Es ist nur unter uns. Ja, ich bin auf dem Weg. Ich bin auf dem Weg. Ich kann nicht sehen, ob du die Fische hast. Äh... Tank... 12 o'clock. Ich bin auf dem Weg. Ich bin auf dem Weg. Ich bin auf dem Weg. Oh ja. Ist aber weit weg. Das ist noch nicht mal 12 o'clock. Das ist 1 Uhr. 2,0 Uhr. Fuck. Jetzt sind wir einer reingescheppert. der fahrer am oberen getroffen das ging jetzt In einer Sekunde bist du da, in der nächsten bist du einfach aus dem Leben gepustet. Wann up! How far it going? Crusader? I can't climb D. Der hat bisschen lange gedauert, konnte die ganze Zeit nicht wechseln. Can I make King, Saigon? Nächste Runde, dann den Deutschen. Wir müssen die ganze Truppen überkriegen. Das dauert noch ein bisschen. Ja, ja. Ich bin so... Ich muss sowieso nicht... Ja, wobei wir können ja auch überkriegen. Nein, Sankt Meglis, ich glaub's nicht. Bruder, du kommst vor uns rein. Ah, ist nur ein Dreierpanzer, ne? Oh. Nee, ist ein Dreierpanzer, das braucht nicht. Ja. Okay. Okay. Da müssen wir halt auf Sankt Meglis. Kann man das wieder despawn? Wo kann man denn... Wo kann man denn sehen, wie viele... Wie viele Leute da reinpassen? Ja, drinnen halt, wenn du drinnen bist. Achso, wenn du spawnst, meinst du? Mhm. Ja, hier, der Sherman doch. Scrawl it? Wait a second, we have to switch tank. Hallo. Hier. Das ist sogar ein Easy 8 hier. We need more seats. Ist der Crusader wieder weg, oder was? Doch. Ja, wo ist der Crusader? Ja, irgendwie ist er weg. Ich kann halt immer noch nicht fahren, aber okay. Ich kann halt immer noch nicht fahren, aber okay. Let's... Let's... Let's switch to... Um... Sherman. Ja. 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 Warte, ich habe... Mann und Schell. Für was dann? Wie fährt man jetzt? Wie fährt man jetzt? Der Taste... für Abbremse, Motorhaus, W und S, für Motorleistung, und W und E für Gänge. Nein, nicht so klar. Leer, das sind die Handbremse. Äh, Q und E, er funktioniert aber nicht. Da muss ich das so gedrückt halten. Nein, nur kurz antippen. So antippen manchmal. Das kann aber sein, dass bei dir nicht eingestimmt ist. Okay, warte mal. Äh, ah. Ja. Which was? Gear Up. Ja, Gear Up ist nicht gelegt. Toll. Gear Up. Wo ist denn Gear Up, Junge? Bei Fahrzeug oder was? Controls und Vehicle. Hab ich nicht. Gear Up, hier. Q. Aber was ist denn noch Q? Warte mal. Q ist auch. View. Zoom. Mach egal. Höh, warum fährt das Ding? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Geil. Weiß ich nicht. Markus und den f***ing Tango, was ist das? Ich bin blind Ich kann fahren, Alex, ich will fahren Ja, du hast den Ding stehen gelassen Ja, da müssen wir nur mal kurz warten Zurück, wie kann man zurück? F***, wie kann man runterschalten? Obwohl, wir sind nur ein 2er Trupp, oder? Warte Ja, wir sind nur ein 3er Trupp, alles gut Gib Gummi Wir sind ein 3er Trupp Ja, er ist nicht hier Major Defeat Major Defeat Ja, das war jetzt traurig Ja, aber wir haben den Panzer schon mal gesehen, das ist schon mal gut Ja, und wir haben fast den Rückwärtsgang reinbekommen Ja, das ist schon mal was Gutes Junge Wir sind zunehmend erfolgreich Ich hab okay gemacht, jawohl 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 Waufs Bin gut, zum Abschluss Junge So schwer, das ist echt krass Eieieieiei Ja, es ist äh Nicht ohne Ja Also paar Skripten darfst du nicht unterschätzen Vor allem, es ist auch mega fordernd, finde ich So auf Dauer Nach einer gewissen Zeit merkst du richtig schön, wie das an die Materie immer gegangen ist Ähm Auf Nicht Warcraft So Weiter geht es Erstmal die 50.000 Jahre Premium Zeit, die ich jetzt hab, einfach mal effektiv nutzen Weißt du was was nutzen? Ja die 10.000 Jahre Premium Zeit, die ich jetzt hab, einfach mal effektiv nutzen In einer Nacht Oh, noch ein Supercontainer 15.000 Kohle Danke, ich will aber lieber Ganz ehrlich, ich hätte lieber ein Schiff Gerade einfach so einen scheiß Supercontainer bekommen hast Joa, hab Hatte ich so rumliegen Ne, wegen dem Sherman Ich bin davon noch eine Runde mit der Sherman gefahren Ich finde es witzig, dass ein Schiff Sherman heißt Ja gut, die heißt ähm F Hier Forest Sherman F Sherman Also Wald Sherman Warum? Keine Ahnung Ey man, ich muss morgen früh arbeiten, ich muss eigentlich Schluss machen Und An Sonntag? Ja Ja Naja komm, dass noch eine abschließende Runde gut ist Dann machen wir Deckeltruf Oh, 30 Und hier mach ich definitiv Steuergetriebe rein Bei euch Antrieb war gut, aber Da muss man noch nachhelfen Brauche ich nicht unbedingt Brauche ich auch nicht unbedingt Brauche ich auch nicht unbedingt Brauche ich auch nicht unbedingt Auch nicht unbedingt Das könnte man machen Brauchen wir eigentlich nicht Und Vitro Verbessern Warum, warum nicht Und Flugabwehrschaden kann man auch machen Mach Geflänkel an Hab ich glaube ich sogar schon Ja, ist aktiv Wie man einfach bei Flugzeugträger noch alles holen kann, weil da noch keiner was gespielt hat Doch Habe ich, habe ich nicht Mitway gespielt, okay Ja doch, Mitway vielleicht war da Aber bei den Deutschen und so weiter Ne, doch, 40.000 Da hast du schon mal gespielt Da hast du schon mal gespielt Fuck Ah, ist Juma Wie gesagt, ich habe das Schiff gerade erst neu Ich muss mich da noch einmal reinfinden In den Spielstil Er ist nämlich sehr speziell Würde ich mal behaupten Hoppala Ja Und Lukas sag es Dass dem Manuel passiert ist Ne Doch Nein Doch Kann man eigentlich mit 2500 Knorkelpunkten anstellen Klicken und Bonus abholen Kannst du Kannst du sammeln Schenken Teilen Chat Identität H3 Was mir die ganze Zeit im Auge rumhängt Boah Bin zu müde eben Ey, es sind alles LMG-Türme, wie geil ist das denn? Leih, wie schnell die halt auch sind Gefällt mir Ich glaube es ist ein relativ moderner Zerstörer Ja, der ist von 75 oder sowas glaube ich Merkt man Halt brutal unfair so Die allerneuesten Zerstörer haben ja nur noch eine Kanone vorne Aber die haben dann auch ein paar andere Bewaffnungen Ich glaube die wären dann unfair Jaja So Langstrecken-Raketen mal eben kurz abschicken Einfach mal eine Tomahawk-Rakete auf einen großen Crew führst Easy Ja, und das ist mein Torpedowinkel, den ich habe Ballern wir erstmal die Iowa aus dem Leben, Junge Aber so hart, ey Mann, sind die Kugeln lang unterwegs Oh, entzieht aber der Iowa Okay, nimmt mal mit, ne? Ja Hab ich noch nie erlebt Oh fuck, jetzt zielen drei Leute Vier Leute von mich Aber ich muss weg Da ist ja die Iowa nochmal Ich glaube ich kriege jetzt hart aufs Maul Von der anderen Azuma sogar, witzigerweise Und von der Iowa Und von der Midway Die Midway hatte ich auch gemacht, ich hab's schon gesehen Hm Hm Weil das finde ich gar nicht mehr so schlimm Der kommt aber nicht her drüber, oder? Ja, ich dachte schon Ist dann am Ende auch nur ein anderer Azuma Wie die sich da alle hinter dem Berg verkampen Holy fuck I see Das juckt mich jetzt aber nicht, oder? Ich weiß es nicht Auch die Baltimore, er ist auch so ein komischer Schiff Ich weiß nicht, ob ich mir das kaufen will So ein Inselverstecker, irgendwie Ja Ein Inselaffe Richtig Ne? Baltimore ist so einer Ja generell, die Ami-Schiffe sind ab einem gewissen Punkt einfach nur noch Insel-Camper Inselaffen Ja, weil die halt keine Dingens haben, ne? Keine Panzerung Die Champagner fährt auch da ausm Range Dings Das Beste ist, ich habe hier einfach, äh, die Möglichkeit mit Ähm, Flaggfeuer hier und dieses Ja, ist es Ja Defensives Flaggfeuer Abzufangen Achso, ist schön So, wir gehen jetzt mal hier die Kur fest an, das kann nicht sein Warte mal, ich bin aufgeklärt, das heißt die Cossack ist hier noch Ziemlich bei dir in der Nähe sogar Guck mal, HE gelockt Hä? Durch was wird es denn aufgeklärt? Hab ich nicht Könnte hier noch ein zweiter Zerstörer sein, schon, ne? Ein bisschen aufpassen Ja, hab mal gerade zwölf Flugzeuge abgeschossen, easy What? Mhm Das war eine anfliegende Bomber Staffel vom, von der Midway Okay, das freut ihr bestimmt nicht sehr Ja, Koordinos und zum Abschluss Spielen wir das noch eine Runde Schiffchen versinken Cossack, nein, lass dich nicht wegballern Gutes Cossack Da war es Cossack, warte ich helfe dir D2 instant Kommt in die Ecke, kriegt ein D2 rein What the fuck? Naja, direkt nicht, aber indirekt rum Also wenn er jetzt links rum fahren will, dann kann ich ihm auch eine geben Warte mal, vielleicht treffe ich da sogar irgendwas Hm, nicht ganz, boah, knapp Naja, eine oder vielleicht zwei Wie jetzt? Ja, Koraten fragt gerade wegen Also Koraten, wir können gerne auch gleich noch eine Runde weiter dann spielen, ne? Warte, wo will er denn hin? Links, rechts, links, rechts Er kann sich halt auch nicht echt nicht entscheiden Uhu Kurfürsti Die, äh, Kurfürst hat Bock Und wie der Bock hat? Ein Kurfürst Das sind nicht die Droiden, die ich meine Ich muss mal ganz dringend die Cossack wegballern Ohne Witz, die hat glaube ich gerade geschossen Die dürfte ihre Tops noch nicht wieder haben Ihr habt noch Tops! Doch, hat sie Oh, Buffalo Hello there Schön Let me alive Oh, ich kann mich nicht wissen Oh 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 doch noch ein zerstörer gewesen ich wusste es ja damit ist die amagi wahrscheinlich auch gleich geschichte fachs ist schilder maut oh ja fährst aber gerade auch viel zu ne was weißt du oh fuck die buffalo ich bin so ein bisschen gearscht aber macht nix ein bisschen vorher support geben aber wer ganz gut weil ich bin ich bin ich bin das todes ich bin das todes wir kommen auf einmal was etwas offensiv die einleitung mitnehmen ich kriege einen anfall auf einmal sind da unnormal viele schiffe wo kamen die alle her französisch an von hier ist ein premium schlachter meines wissens nach der ist halt übel schnell gewesen eben auf einmal so mal eben kurz 0 auf 100 in eine sekunde hola charles martel was mein ich erst mal grüns nein jetzt habe ich nicht ganz 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 blöd oh oh das tut weh einfach die breitseite komplett abgedeckt oh die charles martel hat aber auch eine gewisse feuergeschwindigkeit der schlägt einfach nichts durch bei mir was ist das so ich glaube ich fahr wieder aus dem cab haus oh das hat weh von wie kommt das von der bologna ich glaube ich verpiss mich wieder die charlesi braucht nur noch einen ne ja ich weiß auch nicht was hier gerade los ist schönes ding schönes ding ich habe hier mal verpasst irgendwie war jetzt schnell ich wieder aus dem gefechter ausziehen können die aufhören mich zu sparen bitte danke 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 sehr jetzt ist halt in c irgendwas drin oh fuck asasio tiefer sind hops oh lieber was an ne besser ist es besser ist es ja vielleicht hätte ich bcappen sollen ich weiß nicht aber das läuft eh offen oder soll ich bcappen ne da kommt safe der kuh fest hast du nicht top's nee kein top's kann ich aber auch nicht mit gut umgehen oder so es passt schon hey baltimore versteckt sich wieder ne ist klar nicht da nein nein bitte nicht bitte nicht das ist deine kotze ich werde weggemischt worden fuck gut dass die baltimore aus ist es freut mich sehr schön dreckschiff war zwar von uns aber egal ich kann mir mal einer katzen erklären der hat vorhin was ausgereiert und ich hab das zeug da weggelegt ne ich hab das ich hab das in ein tuch gemacht und weggelegt er kommt an und riecht einfach da dran an ein tuch an diesem tuch ja klingt mir so du hast es ausgekotzt du was gibt es da dran zu riechen du weißt doch wie das riecht du weißt doch was es ist das ist ein bisschen ungünstig gerade die situation nicht für mich für mich oder wie ja für das match im allgemeinen eigentlich so ja schon sehr meins ich komm irgendwann an die wafflo ran wenn ich weit genug nach rechts fahr scheiße jetzt seh ich nix mehr ein blind shot schade zu kurz ich glaub ich mach den flieger an komm mach den ne einfach kurz warten aber ich bin nicht schön auf der breitseite schade irgendwo ist da noch ne asashio ja die sind zwischen den beiden inseln anscheinend die ist glaube ich nach b gefahren jetzt müsste ich ihm eigentlich geben jetzt müsste ich ihm eigentlich geben wer der dreht jetzt einen von mir komm lass dir einen geben ähm scherle junger äh ich glaub die asashi die ist so schnell ist ja fast schon hier so wie so ne ähm dingens neisenaut wirst du auch irgendwie voll schnell oh kacke jetzt kommt der kurve ist von dahinten wieder an die bukon ja oh der hat gesessen ja der hat gesessen der sitzt jetzt aber auch endlich mal also ich komm mit der geschwindigkeit von der nicht klar muss ich ganz early sagen bin ich early okay die ist wirklich sehr schnell tatsächlich okay die bukon geht mir auf den sack yo gibt dem conqueror noch einen richtig ne richtige schwelle mit ja das verkraftet der schon glaube ich auch da kommt noch ein paar das mache ich jetzt in der zeit kann ich schon mal he laden und dann kann ich gleich die städte aufzielen ah da ist der saschu steht immer noch da und campiert ja machen wir jetzt mal das y an und dann wird einfach jetzt mal geschossen ne oh nette treffer was ist saschu kriegst du die saschu weg die steht irgendwie sehr die ist glaube ich gebeached ne du hast nur beschissen im winkel ja ich kann da gleich hinfahren aber vor die bourgogne nicht weicht ja die bourgogne ist so ein bisschen problematisch aber die nachimov war da der mitruf ne die ist ein guter nachimov junger kipp ihm kipp ihm richtig ich hab mir irgendwas ins auge gerieben tut mir ja weh gerade ich finde die h.i.a. aber auch gar nicht mal so schlecht laut koraten glaube ich das ist einer der eins der schiffe was du halt h.i.a. only spielen kannst was 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 ja die die dingens die du gerade spielst äh spielst die azuma ich glaube die kann man ganz gut h.a. spielen ja geht auch ganz gut ja aber so ein 14k zitter ja du solltest dich jetzt vielleicht nicht von der bourgogne zittern lassen das wäre das hätte what the fuck was diese alter was ist denn jetzt passiert ja wow okay das will ich auf jeden fall gerne wissen was das war hat die irgendwie nachlade turbo boost oder so nem scheiß safe muss irgendwie sowas sein der kann schneller schießen okay what the fuck äh ja ich verpässe mich dann wenn ich es noch schafft kann ich sowas aktivieren hilfe maybe ja franz schlachter haben nachlade booster ja moin gut dass er ihn jetzt angemacht hat und dann hinter die insel gefahren ist finde ich gut what the fuck ähm jetzt kann man mal auf die asashio schießen vielleicht oder kriegt er die down die natschima arbeitet sich gerade in der asashio ab guck mal wenn ich den jetzt blind hätte dann raste ich aus mach ich hier die komplette wohnung los 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 er war so schlecht naaa also da ungefähr wo der rauch grad aufhört ja eigentlich ganz gut ja die bourgogne fährt aber wieder nachhause ja die bourgogne fährt aber wieder nachhause achso ok problem ist sie darfst halt jetzt nicht cappen ne ja das ist eigentlich die conqueror die lebt ja immer noch lol hm ja weiß gar nicht was ich machen soll ja ich stelle mich hier einfach auf die insel und guck vom türmchen aus zu nice ah sehr gut ich könnte halt bleiben rein ah nevermind ja ich glaube das war gerade die win-bedingung dass wir die gekillt haben oder ja sashio war tatsächlich glaube ich spielentscheidend ja cool da krieg ich sogar noch nen Held drauf und der kann nicht zurückschießen glaube ich der hat sich gerade in luft aufgelöst das ist ein bus ne das ist ein schulbus die frage ist wofür braucht ein dorf was so groß ist ein scheiß bus world of warships ich habe wirklich eine ernst gemeine frage ja weil normalerweise fährst du ja auch schiffchen drum herum wofür braucht so ein scheiß kaffen ein bus der die ganze zeit im kreis fährt das ist wie so ne heisenbahn einfach ich glaube ich ähm ich weiß nicht was ich machen soll wenn du auf so nem scheiß Dorf wohnst dann läufst du doch einfach von A nach B sollte am besten einfach am leben bleiben oder am leben bleiben wäre eine gute Idee ich fahr jetzt einfach zum flugzeugträger und dann ähm genau stelle ich mich in den flugzeugträger also nichts anderes macht glaube ich Sinn das beste ist dieser bus hält noch nicht mal an das bedeutet er fährt die ganze zeit durch die stadt verballert Benzin ja da hat er kurz angehalten warte 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 kann ich jetzt auf die schießen da ist er wieder ah ich weiß nicht der typ der diesen bus fährt hat echt schissen den shot komm ist jetzt zwar ein blind shot aber egal treff bestimmt irgendwas ich hab's wirklich getroffen und du hast sogar ein brand ausgelöst oder? ne das nicht den hatte ich schon vorher ah ne das war das ding ganz oh fuck jetzt zieht ihr mich aber ah Hilfe Hilfe jetzt habe ich mich gerade so gedreht dass ich um ungünstig Glück gehabt war alles geplant 2000 so jetzt finischt er die bitte oder du finischt er ne der fand es weg aber die Tops kommen gut der ist weg so äh wo ist der flugzeugträger wo ist der flugzeugträger ach schön blub 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 das ist kacke das ist kacke äh ich hab falsch gesteuert muss ich sagen oh das ist kacke nicht early die kriegen mich nicht ist ok das ist ok kann man jetzt einfach neben dem flugzeugträger still und abwarten einfach mit den Tops mitschwimmen oder Guck Kuck equal guck guck ga guck 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 guard guck mal guck g Jacke ich will kein das tie abballer was sinds dann FB los Aale das sind Aale Doc Dale innoster 33 knoten ja normalerweise so gehen wir jetzt gemeinsam an den freund zehn sekunden schafft er nicht mehr ich vergesse immer den scheiß division steht das ab ja mal gutes gutes spiel kann man kann man machen nur ich habe halt das nicht erreicht was ich erreichen wollte deine mutter was was denn er länger am leben leben zu bleiben mit der mit der schirm das problem ist es war halt überall auf einmal schiffe und das war so ein bisschen ungünstig ja machen wir noch einen oder alles so spaß gemacht hat wollen wir noch kurator mitnehmen oder egal sind aber schnell sehr der ist online tatsächlich koreen so wird es glaube ich aufgesprochen oder ist ja gerade eines mogen oder was ich glaube der ist eine schmogen dann ist das also nicht ist eigentlich auch wie spielt man hier am besten ich habe noch keine ahnung ich bin da echt also da muss halt auf max range auf jeden fall bleiben mit dem ding bist du weich nee es geht vor allem auch deck ist ziemlich gut gepanzt muss man sagen dafür einfach obendrauf letztens irgendwie von einem kreuz irgendwas gebaut ist ja aber ich weiß nicht ob ich sie mir holen würde also irgendwie sieht es interessant aus aber ich habe halt die dublonen nicht und die müsste ich mir da verkaufen und weiß ich nicht also irgendwie reizt es mich schon weil das ist ja schon ich sag mal ein eigenartiges spielgefühl dass du ein flugzeugträger bist und gleichzeitig ein schlachter cool wäre auch irgendwie flugzeugträger und gleichzeitig kreuzer das wäre auch irgendwie lustig oder flugzeugträger und dd das wäre auch cool kannst du ein flugzeug starten von deinem deck wie werden die eigentlich wieder aufgegabelt die flugzeuge also mit der kreuzer hier sarge meine güte die hat ja doch ein relativ kurzes flugdeck würde ich mal brauchen also bei der isa habe ich das gesehen die hatten irgendwie so extra also nicht für die landung aber für den start so extra triebwerke die dann abgeworfen werden ich weiß nicht wie ich glaube es ist bei flugzeugträger im allgemeinen so abheben ist bei dem ersten flugzeug immer am kritischsten weil das muss ja quasi war das nicht auch bei den bei den bombern so die 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 japan bombardiert haben das erste mal die die fabriken da zerstört haben irgendwie in tokio glaube ich war das da gab es nochmal einen film der das auch behandelt hatte da sind die mit relativ schweren bombern mit vollen tanks und halt viel bomben mussten ja von den flugzeugen starten und das erste flugzeug ist halt so ein bisschen immer das gearschte ne weil das muss mit maximalem schub da stehen bremsen anhaben und dann hoffen dass es halt reicht das flugzeug flugzeugträger muss halt auch in den wind starten oder in den wind fahren damit die flugzeuge halt maximalen auftrieb haben und ich glaube es war auch so dass sie es gerade so geschafft haben mit dem auftrieb her und wenn er erstes geschafft hat dann schaffen sie danach auch weil die haben wir dann noch mehr noch mehr startbahnlänge als erstes flugzeug fällst du wahrscheinlich erst mal nach der startbahn nach unten also hier wäre das nicht gut bei meinem schiff weil da ist einfach dann die hauptbatterie also hauptbatterie ausgefallen warum flugzeug drauf gefallen das wäre schon komisch top dass ich auch ganz außen bin das natürlich immer richtig gut wenn man auf max range bleiben will finde ich super du siehst schon wirklich aus mit deinem schiff ist es sieht echt echt komisch aus aber das gab es glaube ich nicht wirklich ne war wahrscheinlich auch nur wieder so ganz komischer entwurf ich bin jetzt schon entdeckt ja moin ich weiß gar nicht wie die flag bei dem ding ist ich muss auf jeden fall noch meine meine tarnung hier ein bisschen modden die ist noch lange nicht perfekt wird jetzt schon wieder umdrehen noch einer hin auf mich wird schon gezielt ey das ding ist auch ultra langweilig äh langsam das war so ein ding aber Ruderstillzeit gefällt mir jetzt schon besser das hat hier gemoddet ich hab auch nur eine möglichkeit die tops abzuwerfen Nine klein radios ich kann die nicht irgendwie gemeinsam gemeinsam abwerfen. Funktioniert nicht. Was nicht ganz so schlimm ist, aber irgendwie auch nicht ganz so geil ist. Kann auf jeden Fall gleich nicht genug Schlachtflugzeuge. Startverboten steht hier einfach. What the fuck? Bisschen vertrieben, oder? So, ich komme jetzt mit Planes. Alter, haben die dicke Raketen, die will ich jetzt mal schön abfeuern. Du musst mir auf jeden Fall mal spotten, wo der DDS ist und das auf der machen. Mach ich jetzt sofort. Das mach ich jetzt sofort. Aber erstmal kannst du sehen, so, ich habe vier Leute gespottet, ihr moin. Hier ist also eine Duncan. Hier ist der DD. Ich habe eine DD gefunden. Oh mein Gott. Ich schicke die zurück, Alter. Ich wurde da komplett aus dem Neben genommen. Also ich habe den jetzt mal zum Spotten genommen. Das sind ein paar zu viele Gegner für mich. Das ist schon eine Menge, was da rumfleucht und keucht. Mhm. 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 Das hier natürlich auch auf der Seite die Halle an sein muss, das ist natürlich ultra ab, f*** now. Kill me, Pins. Muss ich jetzt nicht so lebens sein? Unbeholfen halt. Es ist halt wirklich wie ein Träger, der schießen kann. Oh mein Gott. Da wurde aber gerade aus dem Leben gelöscht. Our team has taken the lead. Boah macht das Bock gerade. Ja, aber was machst du jetzt, wenn du halt vor so Schlachtschiffen stehst, ne? Ja, jetzt krieg ich gerade von der Seite auf die Fresse. Wird jetzt auch mal... Die Horror Sekundär kommt gerade von der Seite. Ja, ich guck mal, dass ich die Dunk ein bisschen aufs Korre nehme, aber das bringt halt nicht viel. Also mit den Fliegern. So muss er sich vielleicht irgendwie anpassen. Oder den juckt's einfach nicht. So. Ey, diese Kanonen einfach ey. Wie viele Geschosse da einfach anfliegen, guck mal auf die dann kann. Scheiße. Ich krieg gerade Übel auf den Deckel. Ist das nicht an der Übel? Scheiße. Oh, hier ist ein Halland neben mir. Alter, ist hier wieder viel los. Halland von der einen Seite, von der anderen Seite... Oh, da war noch ein Dukan dabei. Die hab ich gar nicht angekommen sehen. Die hast du nicht kommen sehen. Die stand da direkt vor dir. Ich hab halt die in die andere Richtung. Aber der Duncan, der geben wir es jetzt richtig. Pass auf. Ja, ich bin halt hier ein bisschen in Anzahlzahl an Unterzahl gewesen. Guck jetzt auf die Duncan, Alter. Die wird einfach jetzt ausgelöscht, ich sag's dir. Oh. Ich hoffe es doch. Mein Nebel ist einfach weg. Ja, eins zieht. Oh mein Gott, der hat richtig auf die Fresse bekommen. Da ist er schon wieder. Die fährt aber auch so schön nett zu mir. Okay, jetzt... Sind wir uns jetzt vor? Dann kann solche Erweckse... Ja, irgendwie hatten wir zu viele Gegner bei uns, ganz ehrlich. Viel zu viele Gegner hat's. Ja, ich meine... Ich muss halt, wenn ich schieße die ganze Zeit... Oh, da kommt was an. Sind aber noch Halland Taufe. Ich muss halt, wenn ich... Wenn ich meine Sharm spiele, muss ich halt die ganze Zeit quasi auf den Gegner gucken. Weil ich ja alle zwei Sekunden nachladen kann. Äh, schließen kann. Noch nicht mal. Junge, jetzt lass mich doch in Ruhe hier mit deinen Torps. Zu kurz. Dann werde ich mal aufklären gehen, lol. Aber warte, ist das jetzt die Halland, die da wirklich da vorne ist? Ja, das ist doch die, oder? Muss das sein? Das ist die Halland, ja. Wobei, könnte auch die Mogador sein. Ne, die Taubes waren zu schnell, das müssen Halland-Taubes gewesen sein. Ne, hier ist noch was. Oder? Ah, das ist von ihr. Gerade die Dinge zwar wechselt, aber ich will jetzt eigentlich nicht in die Halland reinfliegen, oder? Ah, ich hab glaube ich keine Wahl. Die nicht. Lol, die schießt nicht. Nicht gut. Ich glaub die schießt. Ähm, könnte etwas, oh doch. Ja, ich hab's ein bisschen gespreadet, aber tatsächlich super extra. Aber, was ich nicht machen soll. Steh ich hier ein bisschen weit ab vom Schuss. Ich weiß halt nie, wo der richtige, weißt du so, der, ne? Das Mittel zwischen Angriff und, ja. Das Gute ist, unsere Mates von der anderen Line kommen gerade rüber. Ich hab einfach 88 Treffer schon gehabt, für die kurze Zeit, wo ich da in Punkt war. Egal ist 88. Wie egal ist 88? Ja, egal ist 88. Sag man so. Ist so ein Sprichwort. Okay. Tja, hast du was neues gelernt. Du bist ein ganz schöner Flach, du bist ein ganz schöner Flachzange, nicht? Flachzange oder sonst was, tja. Alles. Alle miteinander. Irgendwie ist das Schiff echt voll lustig. Bin auch stolz drauf. Hast du ne, wie ist denn das mit der Flugabwehr, hast du ne gute? Weiß ich gar nicht, äh, muss ich auch mal gleich nachgucken. Fakt ist, dass ich irgendwie, äh, nix zu Donner ab. Ah, Sachsen-Anhalt. Schuss. Und direkt die Flieger hinterher. Die Flieger fliegen einfach dem Schuss hinterher, das finde ich auch witzig. Du kriegst gleich Torps von links. Fuck. Ja, das ist jetzt, ähm, blöd. Ne, das muss ich selber managen, das ist kacke. Das sind aber nicht die Halland-Torps, die sind zu langsam dafür. Ja, dann ist da doch noch einer toll, hast du eben scheiße gelabert. Jetzt habe ich zu früh gerappt, oder? Hm, das kriegen wir hin. Ja, schön auf den Torpschutz, gut. 3.000. Ist ja nix. Ja, überlege gerade. Das ist so geil, wie ich hier gerade stehe. Okay, das ist nur... Nur Dingens. Ja, das ist gerade alles ungünstig hier, muss ich sagen. Ja, aber wenn es die Halland nicht ist, was ist es dann? Die Mogadour ist auch aufgeklärt. Dann war es vielleicht Torpedos vom Flugzeug. Ach so, ja. Okay, das war echt der Flugzeug-Torpedo. Ja, Anhalt hat nicht mehr... Der ist gleich weg. Der ist trotzdem noch beenden, leider. Und der Immelmann ist weg. Das ist gut. Vom Anhalt können wir uns auch noch ein bisschen was schnabulieren. Boah, Alter, wenn jetzt einfach zwölf Geschosse da ein... Mann, hast du Spaß? Es ist schön zwölf Geschosse. Und dann holt sich ein von der Yu Yang. Der hat Kollege, die... Das Kollege liegt ein schlimm, schlimm, schlimm aber auch. Tut halt schon weh. Ich glaube, mit einer so einer Seife könnte man easy auf jeden Fall so eine Mogadour aus dem Leben wegballern. Ja, aber ziemlich. Ob es jetzt AP ist oder nicht? Ja, AP schießt halt durch, das ist das Problem. Ja. Ich schieß mal doch lieber auf die North Kaler Liner. Ja, wenn der Mann kommt. Frage mich, ob der das macht, also die Flieger setzen, weil der dann... Weil ich dann mehr auf die hier auch schieße, weißt du? Nee, eigentlich nicht. Du machst hier einmal Salven-Schaden und dann allgemeinen Schaden. Also wenn so eine Explosions-Salve dich trifft, dann kriegst du richtig Damage und dann gibt's halt diesen Standard-Schaden, den kontinuierlichen Schaden. Nö, den nehm ich nicht. Geh weg. Ah. Ja, der Immelmann ist jetzt weg, ne? Aber der... Der lässt sich jetzt in Ruhe. Der Pimmelt jetzt woanders rum. Jetzt fahren wir dann nochmal dahin. Mit der Flieger auch. Und... Schuss. Alter, 7.000 Damage? Das ist ordentlich. ich will die scheiß mal so ist irgendwie geil aber sieben tausend damage scheiß alter ich glaube jetzt können wir auch auf gar gehen ja nice der riecht das war jetzt nicht der schiff das war nur für die die sich gerade fragen was ich meine und jetzt kommt nicht dran vorbei toll nix dutz ja auch nicht dutz doch dutz einbruch hat sich weggedürzt mag ich aber gut das hat geschmeckt ich bin wahrscheinlich ziemlich hart weit unten will noch nicht mal die anhaltigen ja also es ist also ich finde die kessage ist halt auch überhaupt nicht so ein ding um zu carry oder sowas aber support mäßig ist da schon einiges drin so von hinten reinballern und dann wieder flugzeug aufklären alles ich würde sagen grundsätzlich mein pimmelschiffchen ist halt auch sowas eher zum supporten ich glaube richtig was reißen kann ich alleine nicht aber über die flag muss ich glaube ich noch mal gucken und da vielleicht was verbessern kann aber ganz ehrlich ich bin halt wirklich ein dd killer mit dem mit dem schiff absolut jetzt gucken wir erstmal flugabwehr ist auf 80 also für einen arme hier dazu dafür eigentlich ziemlich scheiße ich habe 1,5 sekunden wenn ich das jetzt noch mal um wie viel zehn sekunden reduziere dann bin ich bei minus 1,1 das ändert jetzt nicht viel aber wir sind mal bei 1,35 sekunden gerade zeit das ist schon geil irgendwie aber ich frage mich ob ich das haben möchte ich glaube ich mache bei dem hier das bild dass das weiß ich nicht juckt mich aber auch nicht spaß ich jetzt weil ich morgen also heute in sechs stunden aufstehen muss spätestens was machst du denn auch lukas arbeiten am sonntag wo arbeite darfst du denn sagen wo du arbeitest ja halt im fitnessstudio die haben halt immer dann 365 tage die ist ja offen ne würdest du anderen leuten empfehlen in deinem fitnessstudio eine mitgliedschaft zu beginnen oder würdest du sagen ist ein richtiges ranz ding wenn dann ist es eher zu luxuriös wirklich also wenn dann ist es eher zu teuer okay was heißt teuer pro monat jetzt 50 50 finde ich aber ich also bei den studenten dann 40 ja gut aber bei uns gibt es auch ein fitnessstudio das hat halt ein bisschen mehr angebot sage ich mal ich glaube da kostet eine mitgliedschaft 60 euro oder so noch ein bisschen mehr aber das ist dann halt auch wirklich so ein rundum programm mit allem möglichen also auch mit reha angeboten und sauna und zum scheiß also ich glaube je mehr du als fitnessstudio anbietest desto teurer wird der ganze bums ja also bei uns hast du halt auch je nach mitgliedschaft hast dann im premium sogar badminton schwimmbad sauna dampfbad also wirklich ganz krass viele andere sachen noch drin das ist nicht einfach nur noch so fitnessstudio und es gibt irgendwie so future dings bums wo du halt dann irgendwie dich vor den scanner stellst und dann machte dir das perfekte training so anhand dessen wie seine körperstatue aussieht so dass es gibt schon ein paar coole sachen das ist ja eine andere geschichte für einen anderen tag schatz schack ja dann bin ich auch weg dann jo dann wünsche ich dir noch was ich glaube ich kann noch ein paar gewährdete gefechte aller viel spaß aller tschüss tschüss aller auf bald so ich würde sagen wir machen noch eine runde ab ich muss echt mal ich muss mir echt überlegen wie ich dieses Schiff hier im Mod, weil das hier ist halt schon geil, noch ein weiteres, eine weitere Möglichkeit für den Nebel zu haben und noch ein weiterer Zytro und nochmal eine weitere Flugabwehr. Tarnung muss sein. Die Reichweite würde ich auch ganz gerne plus 20% haben. Das ist, also das da ist, das was ich jetzt hier habe, ist eigentlich Pflicht. So, das hier wäre halt irgendwie schon geil, minus 5% nochmal, ne? Ja. Dann sind wir vor allen Dingen Reichweite auf 17,5, das ist schon ziemlich, ziemlich gut. Ja, Ladezeit der Hauptbatterie, minus 5, hätte ich gerne. Und während ich vom Gegner deckt bin, das ist ja durchaus der Fall, wenn ich andere DDs hante, dann haben wir Ladezeit minus 15% von 1,5 glaube ich, klassisch, mal sind wir bei 1,2 Sekunden nach Ladezeit. Und wenn ich dann noch Adrenalin hätte und noch ein bisschen Schaden nehme, können wir auch nochmal 20% drauf geben, sind wir bei also maximalst, maximalst, wenn ich richtig hart angehittet bin und entdeckt bin und einen Gegner wegschieße, dann kann ich alle 0,975 Sekunden schießen, laut meiner Rechnung. Was schon lustig ist eigentlich. Aber ich finde, das braucht man nicht zwangsläufig. Ich finde, das ist noch ganz praktisch, weil wir halt auch eine gute Flak haben. Und den Rest, keine Ahnung. Ladezeit sekundär, also Hauptbatterie brauche ich nicht, Torpedo brauche ich nicht, kontinuierlich Abflugabwehrschaden könnte man auch machen, ist auch irgendwie cool. Aber dann irgendwie vielleicht Erortung, damit ich weiß, wo die Schiffe sind. Oder sowas wie Blenden, wo die die Dispersion, die Streuung höher ist. Aber bis ich da hinkomme, ist hier noch eine lange Geschichte. Von daher, weißt du auf. Ich glaube, ich mache jetzt tatsächlich erstmal nochmal hier den Punkt voll. Für 1700. Und dann gönne ich mir ja, ich gönne mir, glaube ich, das hier. Ja, und dann, wie gesagt, als nächstes den Tarnungsmeister. Das ist schon ganz geil. So, dann. Ach, wenn wir. Stopp mal, stopp mal, stopp mal, stopp mal. Ist gewertete Gefechte gerade doch. Nee, ist nicht mehr. Warum ist das nicht mehr? 10 Stunden. Ach, bis 1 Uhr sind die, glaube ich, nur. Stimmt. Na gut. Dann machen wir jetzt noch ein normales Gefecht und dann machen wir Feierabend. Ich muss hier auch noch ein kleines Malheur aufräumen, was ein liebevolles Lebewegen, wo immer es auch gerade steckt, gemacht hat. Wahrscheinlich chillt ihr gerade auf der Couch und guckt mich gleich ganz bekloppt an, wenn ich einmal dran vorbeigehe. Nicht, Katze? Baby? Ja, sie ist ja in der Nähe. Baby? Ich höre es nur miauzen, aber komm, tu da nicht. Und wenn er kommt, dann kommt er gleich von irgendwo. Das Ding ist, bei Katzen habe ich halt auch, ich würde es nicht wundern, wenn die von der Decke sich abseilen würden. Sag ich euch, wie es ist. Katzen sind einfach anders komisch. Vor allem, die kannst du auch. Das ist das Geile. Egal, wo du die draufsetzt, die kommen immer nach unten. Die landen immer auf allen Vieren. Es ist kein Klischee, es ist absolut pure Wahrheit. Und das finde ich auch irgendwie cool. Wenn du als Lebewesen einfach aus unfassbar großen Höhen springen kannst, dir nichts antust, dir nichts passieren kann. Du bist einfach Wasser und kannst quasi auch durch alle möglichen Lücken durch, durch fast alle möglichen Lücken, wenn du dich nicht doof anstellst. Kannst überall hoch springen und bist generell agil wie sonst was. Das ist schon irgendwie beeindruckend. Ich stelle mir das so als Mensch vor, wenn du einfach mal, keine Ahnung, aus dem Stand auf den Küchenschrank drauf springen könntest, obendrauf. Oder, keine Ahnung, aufs Dach springen könntest. So bei einem Einfamilienhaus mit vielleicht zwei Etagen, also einer am Erdgeschoss und dann halt direkt das Dach, dass du einfach die fünf Meter nach oben einfach hoch springen kannst aus dem Stand. Oder halt im Umkehrschluss aus dem zweiten Stock springen kannst und nichts passiert. Wäre schon eine coole Fähigkeit. Ich glaube, ich spiele das Schiff morgen mal in den gewerteten Gefechten und guck mal, wie ich damit vorankomme. Ich könnte mir sogar wirklich vorstellen, wenn du da im 1v1 gegen den DD bist, dass du halt echt gute Chancen hast. Hier ist es ja so ein bisschen, naja, mit Glück verbunden. Hast du Glück und bist du allein oder hast du Pech und bist mit anderen Schiffen? Und... Zack! ... ... ... ... ... ... Das war's. Komma. Okay, das ist schon geil. Warte, 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 warte. Machen wir einfach ein paar Ballerbude. Alter, ich mache einfach teilweise 1400 Schaden mit dem Ding. Für den Fall, dass Torps ankommen, man weiß ja nie. Das ist so geil, Alter, das ist so unfassbar geil. Scheiße, leider nicht bekommen. 28.000 einfach mal mit der Hauptbatterie gemacht, das ist schon nicht schlecht. Ah, scheiße, da ist noch irgendwas anderes. Das ist ja da hinten, die Hawk. Fuck. Ich muss weg. Das ist halt so das Problem. Ich bin, ich bin, ich kann mich nie alleine mit dem DD fetzen, weil die ganze Zeit mal irgendwas anderes ballert. Scheiße. Das Ding hätte ich schon irgendwie gebraucht. Ich bin, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin. Ja, ich muss mich mal verpieseln hier. Das ist zu risky. Komm zurück, lass sie da hinten. Lass sie da hinten verrecken. Ist mir scheißegal. Ein Repair wäre halt auch cool, aber habe ich halt leider nicht. Oh, das verlieren wir wahrscheinlich, weil die da hinten sich abschlachten lassen. Ich will doch nun mal die Stärke von meinem Schiff voll und ganz ausspielen. Warum komme ich die ganze Zeit in irgendwelche Matches, wo ich auf den Deckel kriege? Also so richtig auf den Deckel kriege. Nicht so angenehm auf den Deckel kriege, sondern unnormal auf den Deckel kriege. Und die Minutower will jetzt einfach wissen, die, ja. Die Fletcher hier kriegt halt, ah, Alter, da ist auch noch eine Smolensk. Die Fletcher kriegt halt Support von einer Seattle und einer Hawk. Das ist halt für mich einfach tot, weil Hawk ist ein HE-Schiff, was komplett HE spielen kann. Und, äh, ja, Seattle ist halt auch eine Ballerbude der, der Amis. Auch mit HE. Die. Habt ihr ja gesehen, die haben mich auch aus Kong genommen und dann war es das für mich. Belastend. Ja, wir kriegen halt gerade richtig den Arsch wieder aufgerissen. Stopp. Geil. Mal gucken, ob ich irgendwas reißen kann. Befürchte ja nicht. Die Worcester will es aber auch wissen. Die hat auch, hat auch Bock. So, dann bomben wir mal, ne? Ja, geh in meine Tops. Geh in meine Tops. Ja, bitte, 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 bitte. Gib ihm. Geilo. Nein, nein, ich darf den Kill nicht kriegen. Scheiße, wenn die so wie die Zubius weg ist, hab ich ein Problem, hab ich keinen Spot mehr. Oder? Hat er irgendwann noch Vision drauf? Nein, ich darf ihn hoch. Weil ich glaube, hat nicht aufgerissen müssen, wie es da ist. Untertitelung des ZDF, 2020 Ja Schön auf die Aufbauten die ganze Zeit ballern 30 Sekunden habe ich noch, bis dahin kriege ich das Schiff runtergezerkt Das ist halt mega, hammergeil Das ist wirklich sehr, sehr geil Vor allem, es sind halt immer so kleine Mengen Aber da ich alle 3 Sekunden schießen kann Alles alle 2 Sekunden Ich muss weg hier Oh, das war's Smolensk ist mein Erzfeind Ja gut, 122.000, was erwartet man Ich würde sagen, ein gutes Match Also ich habe, glaube ich, ganz gut Schaden gemacht Ich kann mich nicht beklagen Ist ja gut, dann muss ich es halt ein bisschen retten Aber, ja Gut Ich würde sagen Ich gucke hier nochmal ganz kurz in die Skills rein Ob man da noch irgendwas cooles machen kann Für mehr Schaden Ganz unter Schlagskraft der Hauptbatteriegranaten Viele schießen auch mit HE, um Brände zu verursachen Ey, ganz ehrlich, ich finde SAP halt mega geil Das ist der Hammer Weil du kommst halt durch die aufbauten Klasse durch Und machst echt teilweise irgendwas zwischen 400 und 900 Schaden Alle, jede Sekunde Wenn du da wirklich freies Feuer hast, wie eben gerade Kannst du so ein Schiff einfach richtig runterzergen Das ist so hammergeil Was ich mich hier nur frage Extra schwere Munition Gilt das auch für SAP? Weil hier steht hier Schaden der Hauptbatterie AP-Granaten Ich habe aber gar keine AP-Granaten Ich habe SAP-Granaten 2700 2700 Macht keinen Unterschied Das ist halt absolut Ich weiß gar nicht, warum wir es überhaupt haben Ja gut, wir haben Wasserbomben Toll Toll Dafür haben wir das Wegen den Wasserbomben Klasse Torpedos kannst du komplett an der Pfeife rauchen Weil die sind echt Die sind nett Und das war's Ja und wie gesagt Tarnungsmeister ist noch Pflicht Weil ich bin aktuell Gehe ich bei 7,2 auf Danach nur noch bei 6,5 Das macht schon einen Unterschied Ja Lass mich wieder aufrechnen Aber tatsächlich Ich würde sagen Das hier kann man machen Feuerreichweite Plus 20 Sollte man machen Warum das angewählt ist Ich habe keine Ahnung Das finde ich ganz praktisch Und ja komm Ich würde sagen So wäre mein Bild Bei der Sherman Wie wäre es mit einem Sonderbefehl Für die Knorkfunke Mit Knorke Als Aussage Du meinst so als Als Voice Call Als Soundeffekt Müsste ich mich mal einlesen Wie ich das eingerichtet bekomme Aber wäre eine Möglichkeit Müsste ich Müsste ich ja wirklich gucken Wie es abläuft Wie das geht Hätte was Ja Gucke ich mal Momentan will ich Gilt meine Priorität So ein bisschen Dem Umbauen Von meinem YouTube Kanal Und da wieder Wieder Fahrt reinbringen Und ich glaube Ich bin auf einem Recht guten Weg damit Also ich Dauert ein bisschen Aber Wird schon So Leute Ich mach mich jetzt mal In die Haier Und Katzenkotze Weg machen Das ist Er hat einfach direkt Neben mich gereiert Ich komme einfach Nicht drauf klar Ich wünsche dir noch Einen wunderschönen Abend Vielleicht morgen Guck ihr nur bei Twitch rein Ja trotzdem Ich will Will da wieder Ich habe damit angefangen Und ich möchte damit auch Ganz gerne noch irgendwie Weitermachen Oder da wieder zurück Zwar jetzt nicht in der In der Menge wie früher Weil ich habe ja jetzt hier Meine Heimat auch so ein bisschen Bei Twitch gefunden Aber ich möchte schon noch YouTube irgendwie Als Standbein beibehalten Das einfach so Vorkommen zu lassen Finde ich Finde ich nicht gut Finde ich nicht gut Na gut Egal Ich lauere viel zu viel Ich wünsche euch was Schönes Wochenende Eventuell vielleicht Morgen noch Eventuell Ne Unter Vorbehalt Und ansonsten Nächste Woche mal Unter der Woche Wie ich dann Zeit finde Ich wünsche euch was Und bis zum nächsten Mal os Ja Irr Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020